Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Gemeinschaftsveranstaltung der Kreisverbände Soest, Unna und Hamm. Der Titel des heutigen Vortrags lautet aus dem Linksstaat wieder einen Rechtsstaat machen und wird von dem Hauptredner und Bundestagsabgeordneten Martin E. Renner vorgetragen. Im Anschluss an den Vortrag werden Fragen der Besucher möglich sein. Zum Ausklang laden wir die Gäste noch auf ein paar Snacks und Getränke ein, wo die Möglichkeit besteht, auch ein bisschen Konversation zu führen mit dem Redner und den Leuten hier untereinander. Erlauben Sie mir ein paar kurze einleitende Vorbemerkungen zu unserem Gast und auch zu dem für heute ausgewählten Thema. Der Bundestagsabgeordnete Martin E. Renner ist das einzig aktive, verbleibende Gründungsmitglied der Alternative für Deutschland. Er entwarf das Parteilogo und vertritt die Partei seit 2017 im Deutschen Bundestag. Er macht schon seit ich ihn kenne auf die manipulative Art der Medien und dessen Folgen aufmerksam. Stichpunkt Re-Education und Frankfurter Schule. Die Implementierung der politischen Korrektheit, die heute vorherrscht und die Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs erlangt hat, wurde schon seit den ersten Tagen der AfD ausführlich von ihm beschrieben. Es gibt dazu sogar Videos, die sind sieben Jahre alt, bei uns auf dem Kanal, per Jung, YouTube, ein bisschen Eigenwerbung. Aber das passt halt jetzt sehr gut, weil genau da wurde vor sieben Jahren, ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, irgendwo Arnsberg-Bereich, Iserlohn oder so glaube ich, wurde da ein zweistündiger Vortrag gehalten. Der ist tagesaktuell. Heute kann man sehen, wo es hingeführt hat und er hat es sehr gut dort zusammengefasst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute wieder so sein wird. Wahrscheinlich noch schärfer. Also von der Frankfurter Schule bis zum heutigen Tage des sogenannten Haltungsjournalismus à la Julia Reschke. Jüngst sorgte, das ist nämlich das ganze Spektrum von der damaligen Zeit bis zu den heutigen Tagen. Jüngst sorgte das Bundestagsbüro Renner mit einer kleinen Anfrage für bundesweite Aufmerksamkeit. Denn hier wurde offenkundig, dass sowohl das Bundeskanzleramt als auch verschiedene Bundesministerien für die Moderation von Veranstaltungen, Medientrainings und ähnliche Tätigkeiten üppige Honorare an Journalisten verteilten. Auch dieser Skandal wird am heutigen Abend thematisiert. Im westfälischen Anzeiger gab es am Montag einen Artikel, der aufzeigte, dass jetzt auch die Angst vor Desinformation bei den Menschen in Deutschland eines der Hauptthemen ist. Schade, dass niemand von dem westfälischen Anzeiger heute hier erschienen ist. Denn zuletzt bei der letzten Veranstaltung, wo Herr Blex hier war, hat man sich noch beschwert, dass wir so konspirativ sind und die Adresse nicht bekannt geben und man gar nicht teilnehmen kann. Diesmal habe ich per WhatsApp allen Journalisten hier vom westfälischen Anzeiger eine Nachricht geschickt. Römerstraße 18 mit Datum und Zeit. Drei, vier Wochen vorher. Man konnte sich ordentlich vorbereiten. Das Interesse ist wohl nicht da. Und das andere war wohl nicht ernst gemeint, die Kritik, die dort geäußert wurde, dass wir so konspirativ sind. Selbst wenn wir offen sind, kommen sie auch nicht. Laut Infratest vertrauen 96 Prozent der grünen Wähler dem öffentlichen Rundfunk. Eine CDU-Studie. Die CDU hat das in Auftrag gegeben. Bei den AfD-Wählern sind es hingegen nur 16 Prozent. Also 16 Prozent ist auch schon heftig, aber man sieht bei den Parteien, wer das mitbekommt, ob man manipuliert oder die Wahrheit sagt. Man sieht es ja hier an den Journalisten heute live von Montag bis jetzt. Also die widersprechen sich, die lügen und framen halt und versuchen die Leute ein bisschen zu manipulieren. Was heißt ein bisschen? Eigentlich ordentlich. Generell wird das Thema Zweifel an der öffentlichen Berichterstattung, aber an dritter Stelle der Umfrage über die Sorgen der Bürger in Deutschland erwähnt. Also es ist ziemlich weit oben als dritten Punkt. Nur Ukraine ist momentan irgendwie noch drüber und Klima, weil das halt von oben bis unten gespielt wird, dieses Thema. Da muss man auch Gustav Lebon, Psychologie der Massen, sich mal zu Gemüte führen. Dann weiß man, warum das Thema überhaupt eine Rolle spielt. Ich möchte Ihnen jetzt kurz die funktionierende Seite des deutschen Staates beschreiben. Keine Angst, das wird sehr kurz. Der aktuelle Monatsbericht des Bundesfinanzamtes gibt bekannt, die Einnahmen aus den beiden aufkommenstärksten Steuerarten der Lohnsteuer plus 6 Prozent sowie den Steuern vom Umsatz plus 5,5 Prozent verzeichnen erhebliche Zuwächse. Der Staat kann da also immer noch gut bei den Bürgern in die Tasche greifen. Also das funktioniert noch. So, was er alles nicht kann, wo er dysfunktional ist, wird Ihnen jetzt unser Hauptredner in den nächsten ein bis zwei Stunden nahe bringen. Begrüßen Sie mit mir den AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Erwin Renner. Ja, ich danke für die Einladung und ich danke auch für die Einführungs-Ankündigungs-Rede, wer eigentlich schon das meiste, das wichtigste schon vorweggenommen hat. Aber in der Tat, das ist das. Das ist mein Bereich. Man kann Detailpolitiker sein oder man kann im Bereich der Metapolitik tätig sein, was Kultur und was Historie und Geschichte und so weiter mit einbezieht. Und ich bin eher so der Politiker, der diese Dinge, die alle in unserem Staatswesen so ablaufen, so auch von der philosophischen und historischen Seite, kulturellen Seite begutachtet und bewertet. Und genau das ist wichtig, dass wir das tun, denn das wird ja heute in den Schulen überhaupt nicht mehr vermittelt. Deshalb haben die jüngeren Leute gar keinen Zugang mehr zu den Problemstellungen, die aufgrund dieser politischen Strukturen, die sich etabliert haben über die letzten 30, 40, 50 Jahre, das überhaupt so durchschauen. Deshalb sind sie auch so leicht lenkbar und so leicht steuerbar und so leicht, ich sag's mal ganz böse, verarschbar. Denn das, was heute in unserem kommunikativen Umfeld im Bereich des Politischen und des Kulturellen passiert, das kann man gar nicht anders bezeichnen als Verarschung. Wenn Sie zum Beispiel, ich komme einfach nur jetzt gerade mal auf was ganz Aktuelles, die Grünen beabsichtigen jetzt in der nächsten Zeit in den Bundestag eine Gesetzesänderung einzuführen, Verschmelzung der Nachnamen, wenn Leute heiraten. Also wenn ein Herr Idolf sich mit einer Frau Jota verheiratet, können Sie sich verkürzen auf Idiot. Oder Herr Schneider mit Frau Müller, Schnüller. Merken Sie was? Das ist Ablenkung von den wichtigen Themen unseres Lebens. Und ich sage Ihnen, ich bin kein Katastrophenzeichner, aber wir sind kurz vor dem Absturz in unserem Land. Sowohl wohlstandsmäßig wie kulturell, wie gesellschaftlich, auch wie christlich. Auch das ist ein wichtiges Phänomen in unserer Zivilisation, das Christliche. Deshalb begrüße ich Sie. Nach der Regel, woher ich stamme, ich komme ja aus dem Schwabenland, mit Grüß Gott, meine Damen und Herren. Hier sagt man das ja nicht so häufig, Grüß Gott. Dann kommt dann immer einer und sagt, ja, ich sage es ihm, wenn ich ihn sehe. Und dann komme ich immer, ich sollte ja mal katholischer Priester werden in meiner Jugend, bis 16. Und dann hat mich der Gott Eros berührt und dann war es das natürlich. Dann erkläre ich demjenigen, der sagt, ja, ich sage es ihm, wenn ich ihn sehe, woher das überhaupt herrührt, dass man Grüß Gott sagt. Ich finde das so schön, deshalb bringe ich das jetzt auch hier. Wenn man Grüß Gott zu einem anderen Menschen sagt, dann zeigt man ihm, dass man die Gottes Ebenbildlichkeit des Gegenübers akzeptiert und wahrnimmt. Gibt es etwas Schöneres als das? Oder? Sie wissen, Schwaben, wir sind ja ein merkwürdiges Völkchen. Ich bin vor 30 Jahren hier in die nordrhein-westfälische Diaspora gekommen. Normalerweise, sobald ich jemanden treffe aus meiner Heimat, reden wir natürlich sofort Schwäbisch. Was haben Sie hier für ein Dialekt? Ein Durcheinander. Ein Durcheinander, genau. Sie wissen, wie das zusammenhängt mit dem Schwäbisch. Der liebe Gott hat jedem, der einen bestimmten Stamm hier, den deutschen Stamm entsprang, zum Beispiel Sachsen, die sachsische Sprache gegeben. Oder die in Niedersachsen wohnen, die niedersächsische. Oder Flensburgerisch oder Pfälzerisch. Und dann hat er alle Sprachen ausgeteilt. Und dann war nur noch einer übrig, der Schwabe. Und dann hat der liebe Gott gesagt, jetzt habe ich aber gar keine Sprache mehr. Also egal, dann schwäbisch halt so wie ich. So, das war jetzt ein bisschen eine lange Einführung. Normalerweise mache ich bei diesen ganzen Veranstaltungen, wir haben mal vor vier Jahren eine Videokollage gemacht mit dem Namen Ich bin Deutschland. Und da wir über Deutschland heute reden, über die Politik in Deutschland, über die Gesellschaft in Deutschland, fände ich es sehr schön, wenn wir acht Minuten dieser kleinen Videokollage, die mein Büro, Fraktionsbüro bzw. Bundestagsabgeordnetenbüro gemacht hat, wenn wir die jetzt uns mal kurz anschauen und dann beginne ich mit meinem Vortrag. Dankeschön. Ich bin Deutschland. Mich haben die Vorfahren meines Volkes vor 2000 Jahren gegen die Römer verteidigt. Sie liebten ihre Freiheit. Im Mittelalter gründeten sie ein Reich. Sie nannten sich bald nach ihrer gemeinsamen Sprache und mich nannten sie Deutschland. Sie wurden Christen. Sie haben mich mit Kirchen, Klöstern, Domen, Burgen und Städten geschmückt. Ich bin Deutschland. Mein Volk war arbeitsam und strebsam. Sie haben das Land bebaut. Sie haben seit tausend Jahren auf meinem Boden eine großartige und einzigartige Kultur geschaffen. In Literatur. In Poesie. In Philosophie. In Musik. In Malerei. In Wissenschaft. Die Welt wäre nun vieles ärmer, wenn es die deutsche Kultur nicht geben würde. Ich bin Deutschland. Meine Städte waren Inseln der bürgerlichen Freiheit. Selbstverwalt. Nach eigenem Stadtrecht. In der gemeinschaftlichen Selbstverwaltung liegen die uralten Wurzeln meiner Demokratie. Nachbarländer haben vieles von mir übernommen. Sie haben meine Kaufleute, meine Handwerker, meine Bauern eingeladen, um auch ihnen den Fortschritt zu bringen. Bürgerrecht und Bürgerstolz. Das zeichnete meine Handwerker aus. Lehrling, Geselle und Meister. Ausbildung, Tradition und Qualität. Aber auch Fürsorge, Bescheidenheit und Gemeinsinn. Ich habe Ihnen viel zu verdanken. Ich bin Deutschland. Ich habe ein gründliches Volk. Tüchtig und arbeitsam. Ein Volk der Tüftler, der Forscher, der Denker, der Erfinder und der Unternehmer. Sie haben gemeinsam so vieles geschaffen, was in einer modernen Zivilisation unentbehrlich ist. Nicht immer war mein Volk glücklich in seiner politischen Geschichte. Es hat gelitten. Und ich habe gelitten. So sind Narben geblieben. Für Jahrhunderte war ich Schlachtfeld. Für den Zwist meiner Fürsten. Aber auch immer wieder für die durchziehenden Heere fremder Völker. Ich bin Deutschland. Im 20. Jahrhundert hat meine Nation Schande auf sich geladen. Sie hat einen Diktator gewähren lassen, der einen Teil meines Volkes auslöschen und vernichten wollte. Die jüdischen Mitbürger, die doch so vieles zu meiner Kultur beigetragen haben. Dieser Diktator hat einen Krieg gegen die halbe Welt entfesselt. Am Ende seines Wirkens wäre ich beinahe ausgelöscht und vernichtet worden. Mein Volk hat mich in Niederlage und Schande nicht im Stich gelassen. Es hat sich einen Wiederaufbau gemacht, arbeitsam und tüchtig wie eh. Es hat seine Demokratie wiedererrichtet. Es hat sich um Wiedergutmachung bemüht. Im Osten meines Landes hat es mit Mut und Vertrauen eine Diktatur abgeschüttelt, die ihm mit Gewalt aufgezwungen wurde. Mein Volk hat mich aus meiner Zerrissenheit geholt und mich vereint. Ich bin Deutschland. Ich bin ein schönes Land. In meinen Grenzen lebt eine über tausendjährige Kulturnation. Mein Volk kann stolz sein auf seine Geschichte, aber es soll auch die Erinnerung an Böses bewahren. Es kann stolz sein auf das, was es errichtet und an Gutem an alle Welt gegeben hat. Es kann und soll die Früchte genießen, die es sich hart und gemeinschaftlich erarbeitet hat. Mein Volk kann noch so viel beitragen zum Fortschritt der Welt. Wenn sich mein Volk weiterhin als Nation versteht. Wenn sich mein Volk seiner bürgerlichen Freiheit versichert. Wenn sich mein Volk an seine Kultur erinnert und sich dieser öffnet. Wenn es an seinem geschaffenen Recht festhält und seine wirtschaftliche Leistungskraft zukunftsorientiert entwickelt. Ich bin Deutschland. Ich bin ein freies, sicheres und sauberes Land. Habe ich es verdient, dass ich mich einer mich verachtenden mittelalterlichen Religion unterwerfen soll? Dass die Regierenden mich so sehr hassen, dass sie mich aufgeben und auflösen wollen? Habe ich es verdient, dass sie mir meine Souveränität, mein Recht, meine Identität nehmen wollen? Dass sie mich einer seelenlosen, überstaatlichen Bürokratie ausliefern wollen? Ich bin Deutschland. Und ich bleibe Deutschland. Weil ich Deutschland bin. Das war in acht Minuten mal so ein bisschen der Hintergrund des Deutschen. Unsere jetzige Politik hat mit dem, was hier dargestellt wurde, nichts mehr zu tun. Im Gegenteil. Das, was hier dargestellt wurde, soll vernichtet werden. Die Nation soll vernichtet werden. Der Nationalstaat soll es nicht mehr geben. Als wir die Alternative für Deutschland gegründet haben und ich ja in einer vorläufigen, also als wir zusammentrafen in Niedersachsen, in Hannover, anlässlich der Niedersachsenwahl 2013, im Januar, dann sind wir zusammengekommen. Es gab ja so eine Vorläuferorganisation, die Wahlalternative 2013. Und die Vorläuferorganisation, Wahlalternative 2013, hat sich so bemüht, um zusammenzuwirken mit anderen Kleinparteien. Der Herr Professor Lucke damals wollte eigentlich nur mit Kleinparteien zusammenarbeiten, kooperieren, wegen des Euros. Aber das war es auch. Dieses Tiefergehende, das, was jetzt schon dargestellt worden ist und was ich in meinen Vortragen noch weiter darstellen werde, das hat er ja gar nicht realisiert. Das wollte er auch gar nicht unbedingt. Wir waren da mit 70 Leuten zusammen, anlässlich dieser Niedersachsenwahl. Lucke war auf der Liste von den Freien Wählern. Dann hat man aber ganz schnell gemerkt, ab 18 Uhr, wir machen 2,2 Prozent oder so, die Freien Wähler in Niedersachsen, dass das nichts wird. Und dann habe ich eine Brandrede gehalten. Wir müssen eine neue Partei gründen. Und dann habe ich ein Stimmungsbild unter den anwesenden 70 Leuten abgefragt. Und dann waren 66 Leute dafür, ja, wir müssen eine neue Partei gründen. Und dann wurde ich beauftragt, den Namen zu entwickeln, Logo und so weiter, weil ich ein Unternehmen hatte, Marketing, Kommunikation für große Konzerne. Und dann habe ich, als wir uns trafen, dann am 6. Februar 2013 in Oberursel, habe ich den Namen Alternative für Deutschland vorgeschlagen. Unter anderem auch anderen, aber das war der Hauptvorschlag. Und dann haben von den anwesenden 16, 17 Personen gesagt, für Deutschland, das positioniert doch viel zu stark. Das macht doch sofort Widerständigkeiten aktiv. Ja, ja, so, wenn Sie in Frankreich eine Partei gründen für Frankreich, meinen Sie, da hätten Sie ein Problem? Oder in Spanien? Oder in Italien? Gäbe es kein Problem. Nur bei uns gibt es ein Problem. Und warum es bei uns so etwas, ein Problem gibt, das will ich nachher in dem Vortrag so ein bisschen tiefergründig darstellen. Denn das ist das Hauptproblem unseres politischen Verständnisses. Die Wahrnehmung der eigenen Identität und die Fortführungspflicht dieser Identität, die wir nicht preisgeben dürfen in einer supranationalstaatlichkeit, EU, die wir aber auch nicht preisgeben dürfen in einer neu-maoistischen, ökosozialistischen Grundbewegung, die die Grünen durchsetzen wollen. Das darf nicht sein. Also, wir haben damals abgeschlossen, ja, weil für Deutschland das geht doch gar nicht. Dann wurde Alternativ für Deutschland und Europa entschieden. Und dann hat es zwei Wochen gedauert, wo drei Leute mit mir zusammen, die also auch Mitgründer waren, telefoniert, Besuche gemacht, E-Mails geschrieben. Und dann haben wir einen Umlaufbeschluss bei den damaligen Gründern herbeigeführt und erzwungen, dass wir eben doch Alternative für Deutschland heißen. Stellen Sie sich mal vor, wir würden Alternative für Deutschland und Europa heißen. Was für ein Schwachsinn. Naja, und es war auch erkennbar bei diesem ersten Treffen, also bevor wir dann gegründet haben, als dieses Stimmungsbild abgefragt wurde, Lucke, aber auch Gauland wollten nicht unbedingt eine Partei gründen. Der war damals auch dabei, der Herr Gauland. Also, aber wir haben ja diese Zeit überstanden. Dieses zu stark sich fokussieren nur auf den Euro. Der Euro ist ein extremes Problem, selbstverständlich. Habe ich schon im Jahre 2000 gesagt, wo ich schon ab dem Jahre 2000 zig Vorträge gehalten habe über dieses absolut dysfunktionale Währungsexperiment Euro in vielen katholischen Organisationen in ganz Deutschland oder im Rotarier Club oder eben bei anderen solchen Vereinigungen. Und damals haben die Leute gesagt, wieso, der Euro ist doch was ganz Tolles. Wir brauchen ja auch kein Geld mehr wechseln, wenn wir nach Italien gehen. Als ob einen das stören würde. Naja, das lag einfach daran, weil diese Leute, die in diesen Gruppen waren, Rotary und anderen solchen Gruppen, das sind Leute gewesen, die in führenden Positionen in großen Konzernen waren. Am Anfang war der Euro für die großen Konzerne ein guter Businessbringer. Ist das heute noch so? Kann man so heute nicht mehr sagen. Tatsache ist, dass das, was hier instrumentalisiert wurde und in Gang gesetzt wurde, war auch ein Teil zur Abschaffung des Deutschseins. Und jetzt wird man der eine oder andere sagen, mein Gott, was ist das denn für ein Nationalromantiker? Wissen Sie, man ist kein Nationalromantiker, wenn man seine Geschichte und seine Vergangenheit und seine Identität bewahren will. Das ist entscheidend. Das, was wir entwickelt haben, produziert haben und unsere Vorfahren, das müssen wir weitergeben an unsere Kinder. Und auch die Kinder sind Bestandteil unserer nationalen Gesellschaft. Demokratie kann niemals außerhalb eines Nationalstaatsgefüges aufwachsen und niemals exekutiert werden. Sie glauben doch nicht, dass bei diesen zwangshaften Zusammenschlüssen, die ja geplant sind, dass da noch Demokratie realisiert werden kann. Demokratie kann es nur in einem Nationalstaat geben. Und deshalb ist diese Bezeichnung, Alternative für Deutschland, den anderen so ein furchtbarer Dorn im Auge, weil sie wollen das aufgeben. Nicht, weil sie so sehr das Fremde lieben, aber das eigene so sehr hassen. Das ist zwar eine sehr brutale Aussage, die ich gerade treffe, aber das ist etwas, was über die wirklich 40, 50, 60 Jahre in unserem Land, in unserem Selbstbewusstsein zutiefst verankert ist. Wir sagen, wir wollen den Linkstaat wieder zu einem Rechtsstaat machen. Man kann auch sagen, wir wollen die Zukunft für Deutschland richtig und erfolgreich gestalten. Jetzt gibt es einen Ausspruch von Saint-Exupery, das ist so ein Literat, der hat gesagt, Zukunft soll man nicht voraussehen, sondern Zukunft muss man möglich machen. Aber es ist natürlich schon so, man muss das, was kommen wird, und das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt worden ist, das muss man an die Menschen herantragen, weil die Menschen das nicht mehr begreifen und verstehen, was hier gelaufen ist. Also muss man die Menschen dazu ertüchtigen, dass sie sich mit der Politik und mit der Geschichte befassen. Sagen viele, naja, ich gehe arbeiten, ich bin die ganze Zeit beschäftigt, und wenn ich dann mal ein bisschen frei habe, dann will ich mir ein bisschen was zum Essen, dann will ich was genießen, Komfort, ja. Aber wenn dieses Komfortstreben, das Überleben wollen, überlagert, dann brauchen wir anschließend nicht traurig sein. Man muss sich mit dem Politischen beschäftigen und man muss auch die Lust daran entwickeln, über das Wissen und das Vielwissen über das Politische zu entwickeln. Man muss im Grunde empfänglich werden für den Funken eines erzieherischen Ethos, das entwickelt wird, was in den Schulen nicht mehr vermittelt wird. Also ist es die Aufgabe der Eltern, das zu tun, wenn die Schulen das nicht mehr machen. Der Arnold Bergsträser, das ist ein Literat, der hat gesagt, Politik ist eine Kunst, die jeden interessiert, die jedoch keiner versteht. Und die deshalb so erläutert werden muss, dass sie jeder versteht, aber dann keinen mehr interessiert. Das ist ein bisschen schwierig, das ist ein Dilemma. Aber das, was wir heute hier machen, ist im Grunde die Ertüchtigung. Die Grundlagen zu formulieren, in welchem Zustand wir leben und wo das zwangsläufig hinführen wird. Wir sind im Grunde bei diesem Punkt schon an des Pudelskern. Die Politiker sagen nämlich, naja, die Bürger sind nicht interessiert und wollen sich auch nicht bemühen, also machen wir, was wir wollen. Wir schließen uns zusammen wie eine Beute-Gemeinschaft, Politiker mit Big Business, Big Data, mit den Kirchen, mit den Gewerkschaften, mit den Unternehmen der Sozialindustrie, die also auch von Steuergeldern leben und so weiter. Und dann, wenn wir politische Entscheidungen treffen, dann haben wir noch nicht mal die Notwendigkeit, das dem Bürger zu vermitteln, sondern wir sagen, das ist die Entscheidung. Im Grunde können wir sagen, Hals-Maul-Bürger, du hast keine Ahnung, wir entscheiden für dich. Du verstehst ja sowieso nichts davon. Im Grunde ist diese Aussage nichts anderes wie das, was die Frau Merkel, Gott hab sie selig, immer gesagt hat. Meine Politik ist alternativlos. Weil wenn ein Politiker sagt, meine Politik ist alternativlos, dann sagt er im Grunde das Gleiche, wie im 17. Jahrhundert ein preußischer Fürst von Grano gesagt hat, es ist dem Bürger, dem Untertanen untersagt, seine beschränkte Einsichtsfähigkeit an die Entscheidungen der Obrigkeit anzulegen. Das machen die heute genauso. Und um das zu vertuschen, werden die Medien einbezogen. Und die Medien beschallen den Bürger unentwegt mit dem Argument der Richtigkeit der politischen Entscheidungen. Und der normale Bürger, oder viele der normalen Bürger sagen, naja, es wird schon seine Richtigkeit haben. Aber dann kommen wir in einen Zustand, in dem wir jetzt sind. Die wenigsten akzeptieren zum Beispiel die Auswirkungen, die zwangsläufigen Auswirkungen der Euro-Einführung. Denn die Euro-Einführung hatte zwangsläufig das Resultat, dass wir in eine Inflation kommen. Zwangsläufig. Warum? Weil die Gemeinschaftswährung Euro dazu benutzt wurde, um die nicht mehr sich finanzieren können, die Club Med-Staaten, Frankreich, Italien, Spanien, zu finanzieren. Aber um die zu finanzieren, muss die Europäische Zentralbank Geld drucken, auf Teufel komm raus. Und Geld drucken auf Teufel komm raus, bedeutet, dass am Schluss ein Kilo Blumenkohl 4,95 Euro kostet. Ich schildere Ihnen mal so eine kleine Begebenheit. Letzte Woche, nee, vorletzte Woche, als ich in Berlin war, kaufe ich ja auch manchmal, dann im Aldi habe ich was gekauft zum Essen, habe dann eine kleine Wohnung. Da waren vor mir vier Leute an der Kasse und dann hat eine ältere Dame, der Kassiererin, gesagt, ich kann mir bald nichts mehr zum Essen leisten. Diese Preise übersteigen meine Möglichkeiten. Das habe ich gehört. Und dann habe ich mich sofort eingeschaltet und habe Ihnen erklärt, wie diese Inflation überhaupt zustande kommt, was die Grundlage ist. Hinter mir haben sich dann fünf bis zehn weitere Kunden gesammelt. Ich habe 15 Minuten denen dieses unzählige europäische Zentralbanksystem dargestellt und keiner von diesen 15 Leuten, die um mich herum waren, haben gedrängelt und gesagt, ich bin dir vor der Kasse bei Aldi hier eine politische Debatte zu führen. Nein, die waren total gespannt. Und ich sage Ihnen, wir haben 15 Leute mehr, die endlich das System begreifen. Das ist zu schwer für den normalen Bürger, so etwas zu erkennen. Uns ging es wirtschaftlich, wohlstandsmäßig sehr, sehr gut, solange wir die Bundesbank hatten, die Bundeszentralbank, die hatte nur eine Aufgabe, die Werterhaltung der deutschen D-Mark. Die konnten die Politiker entscheiden, was sie wollten. Wenn es die Wertstabilität der D-Mark tangiert hat, dann haben die ihr Veto eingelegt und die politische Entscheidung durfte nicht durchgeführt werden. Das geht heute nicht mehr mit dieser europäischen Zentralbank. Insofern ist auch der Austritt aus dieser europäischen Währungsgemeinschaft ein wichtiger Schritt. Die Frage ist nur, ist der Schaden mittlerweile schon so groß, dass man ihn anschließend gar nicht mehr reparieren kann. Aber man kann ihn, wenn alles zusammenbricht, auch nicht mehr reparieren. Von daher, das ist im Grunde eine kleine Frage. Das ist so, im Menschsein ist, wenn du dich vor einer Entscheidung drückst, dann werden dich die Tatsachen zu der Entscheidung zwingen. Peng. So einfach ist das. Und nicht nur der Euro ist das Problem. Es ist natürlich auch die Europäische Union. Die Europäische Union, die mit ihren permanenten Dokumenten, mit denen sie an die nationalen Parlamente kommen und auch die Souveränität der nationalen Parlamente permanent stören und verleugnen, das kann auf Dauer so nicht gehen. Wir kriegen im Bundestag, in unserem Ausschuss, ich bin ja im Kultur- und Medienausschuss und medienpolitischer Sprecher, wir kriegen so pro Woche 10, 15 Dokumente der Europäischen Union in englischer Rechtsanwaltssprache, 400 Seiten. Ja, und dann, schon in der alten Legislatur, habe ich dann die Ausschussvorsitzende gefragt, ich hätte das gerne in Deutsch, eine Amtssprache. Ich kann Englisch, ich habe mein ganzes Berufsleben mit amerikanischen CEOs verhandelt, aber du glaubst doch nicht, dass die grünen Stricklieseln, Entschuldigung, die Damen, in der Lage sind, 400 Seiten englische Rechtsanwaltssprache zu begreifen. Die sind ja zu blöd, unsere Sprache zu begreifen. Deshalb wollen sie sich auch verändern. Naja, die wusste dann auch nicht so richtig. Dann habe ich den Übersetzungsdienst im Bundestag angerufen, also es war schon vor 2017. Ich hätte gerne die und die und die Dokumentation gerne in den nächsten drei, vier Tagen übersetzt. Dann habe ich gesagt, das hat in 17 Jahren noch nie einer von uns gefordert. Wir haben gar kein Budget dafür, damit andere Worte losgeht. Na gut, dann kommen diese Dokumentationen auf die Tagesordnung in den Ausschüssen. Ohne Aussprache zur Kenntnisnahme. Jesus Maria, was heißt das denn? Ohne Aussprache zur Kenntnisnahme. Habe ich die Ausschusssitzende, Vorsitzende wieder gefragt. Was heißt das? Was bedeutet das legal definitorisch? Heißt das, das ist bei mir angekommen? Oder ich akzeptiere das so? Ja, so genau können sie das auch nicht sagen. Also habe ich den Rechtsdienst im Bundestag angerufen. Was bedeutet das legal definitorisch? Ohne Aussprache zur Kenntnisnahme. Ja, so genau könnte man das nicht sagen. Tatsache ist, das wird dann auf die Tagesordnung gesetzt, ohne Aussprache. Damit steht es auf der Tagesordnung. Und dann können diese Elemente dieser Dokumentationen sukzessive eingehen in die nationale Gesetzgebungsverfahren. Und so steuert uns auch das Europäische Parlament auch in unserer nationalstaatlichen, souveränen Parlamentarismusinstitution. Das kann nicht angehen. Und zwar deshalb schon allein nicht, weil das Prinzip der Demokratie bedeutet, one win, one vote. Und das Europäische Parlament bedeutet aber aus Minderheitsschutzrechten, dass eine polnische Stimme das Stimmequivalent von sechs deutschen Stimmen hat. Das kann doch nicht angehen. Oder neun maltesische Stimmen, neun deutsche Stimmen, eine maltesische Stimme das Stimmequivalent hat. Das ist doch nicht Demokratie. Demokratie ist one man, one vote. Und auch das ist ein Grund, warum diese Dinge, ich komme nachher noch ein paar Mal auf die Europäische Union zur Sprache, warum das nicht funktioniert. Das sind Entwicklungen, die natürlich auch die anderen Länder in der Europäischen Union zu tragen haben. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Die anderen tragen das mehr oder weniger verdeckt oder nicht verdeckt mit und halten sich ja dann trotzdem nicht dran, weil sie das Geld der Deutschen in der Europäischen Union einfach auf Dauer brauchen und wollen. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Ich war, ich bin auch im EU-Ausschuss gewesen, im Bundestag. Und dann waren wir mal eingeladen vom ungarischen Botschafter, wo alle Parteien Repräsentanten hatten oder zwei. Und dann waren wir zum Frühstück eingeladen. Und dann hat der ungarische Botschafter die Politik der ungarischen Regierung allen diesen anwesenden Gästen nahegebracht. Und die anderen von den grünen, roten, gelben, blauen, schwarzen, nee, blauen nicht, sondern von den schwarzen, die haben immer genickt bei allen Positionen von dem Ungarn. Und irgendwann, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und dann sage ich, darf ich mal kurz unterbrechen? Warum nickt ihr alle? Das, was der Herr Botschafter hier sagt, sind unsere Positionen. Warum nickt ihr denn alle? Nichts. Dann hat der Botschafter so ein bisschen eingegriffen. Er wollte da natürlich keinen Streit entwickeln lassen. Dann waren wir fertig mit dem Essen. Und dann kam er auf mich zu und sagt, Herr Renner, ich musste das ein bisschen jetzt abwiegeln, weil ich wollte ja keine Streitdiskussion hier entwickeln. Aber Sie müssen natürlich eines verstehen. Wir als Ungarn, wir haben unsere Positionen und ich erkenne die Gleichartigkeit unserer Positionen mit der Alternative für Deutschland. Aber wir müssen uns auch gutstellen mit der CDU, mit der FDP, mit der SPD, weil wir auch das Geld aus der Europäischen Union haben wollen. Das sind einfach die Machtverhältnisse. Wir dürfen zahlen. Wir machen allen Quatsch mit. Die anderen kriegen das Geld, tun so, als ob sie allen Quatsch mitmachen würden, aber bleiben im Grunde immer noch souverän. Die Politiker gehen davon aus, dass sie entscheiden können und dass sie sich nicht mehr beim Bürger rückversichern müssen. Sie gehen davon aus, dass die beeinflussenden Medien genau die Botschaften ausstrahlen, die die Unterstützung der jetzigen Altparteien auf Dauer realisieren. Ich rede ja, habe vor kurzem auch im Bundestag geredet, die Altparteien, das sage ich gar nicht mehr, sondern ich sage, die einzelnen Parteien der neuen Einheitspartei NED. Klingt ähnlich wie SED, das ist auch gewollt. Ja, das ist eine Einheitspartei. Und da tut man sich natürlich als einzige Oppositionskraft schon relativ schwer, überhaupt zu Gehör zu kommen. Aber die Politiker glauben, sie brauchen sich nicht mehr rückzuversichern, weil eben die Medien ihnen diese Arbeit abnehmen und die Medien sich einfach von der Rolle der Kontrolleure der politischen Macht, denn da sind sie, die Kontrolleure der politischen Macht nach der Definition, auch in unserem Grundgesetz, haben sich entwickelt zu Herolden der politisch Mächtigen. Sie sind also die Schalmeien der politisch Mächtigen geworden und sitzen deshalb mit am Tisch dieses politischen Leviathans und können ordentlich mitspeisen und festsperren. Doch ich denke, wir haben schon eine gewisse Tendenz, dass man sagen kann, die Politiker täuschen sich hier. Die Bürger nehmen es auf Dauer nicht mehr hin, dass der Bürger ungefragt und ohne Zustimmung in dieser Währungsunion, damit in einer Bankenunion und letztlich auch heimlich in einer Schuldenunion und irgendwann, immer deutlicher werdend, in einer Transferunion, also unser Wohlstand wird transferiert nach dorthin, um dann am Schluss in einer Sozialunion mit allen anderen zu landen, die dann man nicht mehr Sozialunion zu nennen hat, sondern im Grunde eine Armutsunion dann darstellt. Und dann ist das erreicht, was ich glaube, was die Politiker im europäischen Raum letztlich haben wollen. Sie werden diese Nationalstaatlichkeit, Supranationalstaatlichkeit Europa nur erreichen, wenn dieser deutliche Unterschied im Wohlstandsgefälle von Deutschland gegenüber Portugal oder Spanien, Italien, deutlich sich angleicht. dass der Wohlstandsgefälle nicht mehr so stark ist, dass im Grunde alle in der gleichen Armutsschwelle letztlich sind. Und meine Damen und Herren, ich verrate Ihnen sicher nichts Neues, unser Weg nach unten ist so beschleunigt in den letzten Monaten, Sie machen sich gar kein Bild davon, wie stark das schon ist. Wir sind die Einzigen, die das erkennen. Wir sind die Einzigen, die das ansprechen. Wir sind die Einzigen, die deshalb beschimpft und manchmal auch bedroht. Ich habe meistens Vorträge zu halten und anschließend oder vorher vier Personenschützer vom Parlamentspolizei zur Veranstaltung kommen und mich schützen müssen, damit ich nicht bedroht werde beziehungsweise geschädigt werde. Wir sind konservativ. Und konservativ sein bedeutet nichts, nicht, dass man an dem hängt, was gestern war, sondern konservativ sein heißt, ein Leben aus dem zu führen, was immer galt und gilt. Das heißt, aus dem Richtigen der Vergangenheit zukunftsorientiert und zukunftsschöpfend Neues zu gebären. Das ist konservativ, nicht ein Hängen am Alten. Wir wollen das Erbe der Vergangenheit nicht musealisieren, sondern wir wollen es schöpferisch fortschreiten. Das verstehen die anderen Parteien aber nicht. Warum? Hatte ich gerade schon gesagt. Nicht, weil sie das Fremde so sehr lieben, sondern weil sie das eigene so sehr hassen. Und deshalb will ich jetzt, wenn Sie mir gestatten, wie lange machen wir denn jetzt schon? Ja, halbe Stunde. Oh ja, dann habe ich ja noch. Ihr sagt es mir einfach. Wissen Sie, was mein Rekord war auf der Schwäbischen Alb? Vier Stunden, genau. Aber auf Schwäbisch. Das war gut. Aber ich habe alle 20 Minuten gefragt. Soll ich aufhören? Nein, nein, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Wir müssen auf die Basisfragen, auf die Basisfelder des Politischen kommen. Und zwar, das hatte ich auch damals, als wir die Partei gegründet haben in Oberursel, als Grundsatzpapier gleich mitgebracht, nicht nur den Namen und das Logo. Nebenbei bemerkt, das unterbreche ich mich mal kurz, dieses Blau, dieses Logo, gefällt Ihnen das? Als wir festgestellt haben, als wir das Logo entwickelt haben, haben wir festgestellt, Halleluja, Blau ist die einzige politische Farbe, die von keiner politischen Partei bis dahin besetzt war. Magenta wäre noch damals gewesen. Magenta, nein. Jetzt muss man aber wissen, ich komme ja aus der Werbepsychologie und Kommunikationstheorie. Blau ist die Farbe des ausgeglichenen Gemütszustandes. Blau ist die Farbe der Vernunft. Und kann es eine bessere Farbe für uns geben, als diese Farbe? Wir haben den ausgeglichenen Gemütszustand und die Farbe des Rationalen, des Vernünftigen. Und als wir dann uns gegründet haben, brachte ich dann dieses Grundsatzpapier auch mit und sagen wir mal, die neun Felder dessen, womit wir uns zu beschäftigen haben. Für Freiheit. Wissen Sie, sagt ja die FDP auch, Freiheit. Aber das ist alles nur dahergeschwalt bei denen. Weil im Zweifelsfall opfern sie die Freiheit sofort ihrem Opportunismus, ihrem Machtopportunismus. Und ich begreife den Begriff Freiheit in einem viel größeren Maßstab. Nämlich auch wieder bedingt durch das Christliche. Durch diese Gottesebenbildlichkeit des Menschen haben wir die Freiheit des Individuums. Wir dürfen uns entscheiden, falsch oder richtig. Wir können uns entscheiden, falsch oder richtig. Das ist die Freiheit des Individuums. Das ist das sogenannte Selbsteigentum des Menschen. Das ist ein viel weitergehender Freiheitsbegriff, als nur die Begrifflichkeit Freiheit formuliert. Für Recht, für Demokratie, für Nation, für Familie. Für Eigentum, für Fortschritt und für Sicherheit. Und alle diese neuen Begrifflichkeiten und politischen Felder haben wir Grundsatzpositionen. Alle diese politischen Felder werden von den Parteien der neuen Einheitspartei unentwegt geschändet und zerstört. Ich könnte jetzt allein einen Vortrag halten. Entschuldigung. Wo war ich jetzt gerade? Alle neun Punkte werden von den anderen geschreddert. Ein Herr Bochmann, Buschmann, der absolut freiheitseinschränkende gesetzliche neue Maßnahmen durchführen will. Und so weiter und so weiter. Aber ich will gar nicht auf die einzelnen Punkte eingehen. Ich will so ein bisschen noch auf die Basisfelder des Politischen der AfD kommen. Welche Staatsform wollen wir bewahren? Autoritativ? Totalitär? Ich habe den Eindruck, dass wir ins Totalitäre abgleiten in unserem Land. Welche EU wollen wir haben? Wollen wir die nationalen Identitäten weiterhin behalten oder wollen wir sie verschwinden lassen? Wir nicht, aber die anderen. Welche Stabilitätskultur der Währung wollen wir haben? Welche Leitkultur wollen wir haben? Hich, er hat Leitkultur gesagt. Allein die Begrifflichkeit wird ja schon sozusagen angegriffen. Wie kann und welche Zuwanderung soll es überhaupt geben? Wissen Sie, heute im Bundestag hören Sie unentwegt von den Grünen oder von den Roten oder auch von den Schwarzen. Wir sind ein Einwanderungsland. Nein, verfassungsrechtlich sind wir kein Einwanderungsland. Wir sind eine Kulturnation. Eine Willensnation, nicht keine Willensnation, sondern eine Kulturnation. Die Amerikaner mit ihrer Verfassung sind eine Willensnation. Die können also reinnehmen, wenn immer. Nur, das bedeutet eine komplette Änderung unseres verfassungsrechtlichen Verständnisses. Wenn wir plötzlich im Bundestag nur noch von den anderen hören, wir wären ein Zuwanderungsland. Das sind wir nicht. Und wenn wir es werden sollten, kann das doch gar nicht anders ablaufen, als dass man darüber als souverän, als Bürger entscheidet. Also per Wahl, beziehungsweise per Zustimmung. Die Frau Merkel hat im Jahre 2011 auf dem evangelischen Kirchentag eins ihrer furchtbaren Zitate gebracht, die sie aber dann nie erklärt hat. Ich habe mal im Bundestag bei einer Befragung der Frau Merkel das gefragt, was sie denn damit meinte und wie das ablaufen soll. hat erklärt auf dem Kirchentag 2011, wer die neue Weltordnung haben will, kommt nicht umhin, Teile seiner Souveränität abzugeben. Hat die gesagt. Gut, die hat viel Quatsch geredet zwischendurch. Die kam mir immer so ein bisschen vor, wie wenn sie zwei Hirnareale hätte, wo die beiden Hirnareale sich immer über die Dominanz der Sprachwerkzeuge gestritten haben. Und manchmal hat das eine Hirnareal dann die Dominanz über das Sprachwerkzeuge gefunden und dann hat sie so einen Spruch rausgelassen. Teile seiner Souveränität abzugeben. Ja, an wen soll denn die Souveränität abgegeben werden? Ja, die Weltordnung. Ja, wer ist denn die Weltordnung? Wie ist der denn demokratisch legitimiert? Die Weltordnung gibt es nicht. Oder soll ich morgens aufstehen und sagen, Jesus Maria, was bin ich froh, dass ich Teile meiner Souveränitätslast abzugeben in der Lage bin. Die hat mich ja derart belastet. Nein, das ist, das ist, im Grunde hat sie hier einen Satz rausgelassen, den sie so hätte nie sagen dürfen. Aber es ist so offensichtlich, was geplant ist. Neue Weltordnung. Nehmen Sie nur mal den Great Reset. Und bringen Sie das in Übereinstimmung. Und dann den anderen Ausspruch, den sie 2014 gemacht hat. Wir haben wahrlich nicht das Recht auf alle Zeit, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben. Hat sie gesagt. Also das war eine Vorbereitung einer europäisch orientierten, Green Deal orientierten Kommandowirtschaft und Planwirtschaft. Das ist unfassbar. Ich erinnere mich da auch. Das war vor zwei, drei Jahren. Ich bin auch Mitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Sie kennen die? Deutsch-Französisch-Parlamentarische Versammlung. Das ist dieses Unding. 50 französische Parlamentarier, 50 deutsche. Auf der Basis dieses Aachener Vertrags ausgedringelt zwischen Frau Merkel und dem Herrn Macron. So im Versuch eigentlich, über diese vorparlamentarische Zusammenwirkung Dinge vorzuentscheiden, um dann im Bundestag oder in der Assemblée Nationale zu sagen, das haben wir schon ausgehandelt, ihr könnt Ja sagen. Aber mit der Sprache denn? Naja. Die sprechen ja alle so gut Deutsch. Genauso gut wie wir Französisch. Nein, die Sprache ist da kein Problem. Das Verständnis ist das Problem. Also da war ich in Straßburg und habe diesen Green Deal auseinandergenommen von der Frau von der Leiden. Die heißt ja gar nicht von der Leiden. Nein, sie heißt von der Leiden. Genau. Und die war auch da. Und dann sage ich, das ist doch Planwirtschaft, das ist Kommandowirtschaft, was Sie wollen. Das hat doch mit Marktwirtschaft, freier Marktwirtschaft, sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Naja, dann haben alle anderen in ihren Reden erstmal vier Minuten verbraucht, indem sie sagen, der Renner war ja mal wieder sehr unsachlich, obwohl ich solche Themen auch durchaus sachlich argumentieren kann. Ich meine, immerhin habe ich Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert. Und ja, war sehr unsachlich. Und dann haben sie weitere fünf Minuten einfach bestimmte Zitate aus diesem Green Deal Konzept rezitiert. Und das war dann ihr sachlicher Beitrag zur Debatte über den Green Deal. Ihr werdet noch merken, was aus diesem Green Deal alles sich realisiert. Beispielsweise das Neue, was hier mittlerweile schon sehr für Ärger und so weiter sorgt. Aber das ist auch gut, dass es Ärger gibt, denn das sind die Dinge, die die Veränderung beschleunigen werden. Green Deal, energetische Sanierung aller Wohnungen. Das werden sechs, sieben Millionen, acht Millionen Eigenheimsbesitzer und Häuslebesitzer nicht bezahlen können. Aber wenn du es musst, ja, dann müssen sie es eben verkaufen. Das, was sie sich 40 Jahre angespart haben, um im Alter, das ist ja eine Form auch der Altersabsicherung, wenn ich ein Häuschen habe, das zu verkaufen. Wenn dann alle auf den Markt kommen und das verkaufen, dann werden die Preise sowas von brutal nach unten. Das ist eine brutale Form der Enteignung. Neben diesem ganzen Euro-Quatsch kommt das noch hinzu. Und dann kommt der Herr Habeck und will noch andere Heizungen und so weiter. Ist momentan ein bisschen aufgeregt, weil es läuft möglicherweise nicht ganz so, wie er das möchte. Aber nehmen Sie das noch dazu, das verschärft das Problem noch deutlich weiter. Aber wir können froh sein, dass das so akzeleriert. Weil die Leute checken es dann so langsam, aber sicher, was hier wirtschaftlich letztlich abgeht. Wir wollen noch ein bisschen tiefer in das Politische hineingehen, in das Untergründige der Politik. Was ist das, was uns eint? Was ist das? Was ist das, was uns zu einer Gemeinschaft werden lässt? Da hat jeder wohl doch durchaus andere Motive. Ich beispielsweise habe mich mein ganzes Leben mit Theologie, Philosophie und Literatur beschäftigt. Andere haben immer andere Sachen gemacht. Aber wir hatten immer Dinge, die uns zusammengebracht haben. Wir hatten ein gemeinsames Verständnis über unsere Gemeinschaft, über unsere Gesellschaft. Und Anthropologen reden ja auch davon, dass wir in unseren abendländischen Zivilisationen einfach eine Trinität haben. Eine Dreiheit aus Gemeinschaft, Traditionen und Territorium. Das sind die drei entscheidenden Kennziffern dessen, was unsere Lebensform ausmacht. Und wenn man es vereinfachen wollte, könnte man aus dieser Trinität, Gemeinschaft, Raum und Territorium auch sagen, Heimat. Ist natürlich heutzutage ein Begriff, den man nicht mehr so wahnsinnig häufig hört, weil er ist ja auch so furchtbar rückständig und so weiter. Aber letztlich ist es das. Nur, wo führt denn das hin, wenn wir diese Elemente unserer Gemeinschaft und unserer Traditionen zunehmend opfern, damit wir modern und woke erscheinen, beispielsweise Martinsumzüge zu Lichterumzügen umbenennen, Weihnachtsfest nicht mehr groß beleuchten sollen und dürfen. Dafür aber Ramadan soll jetzt, war ja eine Forderung von einzelnen Politikern, dass jetzt die Straßen beleuchtet sind, weil ja die Moslems Ramadan jetzt haben. Und wir sollten eingedenk sein, dass das ja auch die Zelebration einer Tradition darstellt. Also unsere Traditionen werden sozusagen verworfen, um die Traditionen anderer, das will ich ja gar nicht beschreiten, lasst die doch ihre Traditionen haben. Aber diese Traditionen haben mit unseren Traditionen 0,0 zu tun. Warum sollen wir unsere zerstören und die anderen akzeptieren? Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Das heißt, diese gemeinschaftliche Identität oder Deckungsgleichheit oder Wesensgleichheit unserer Personen, das ist das eigentliche gesellschaftliche Proprium, also das eigene. Und das sagt auch die Psychologie und das sagt auch die Philosophie. Und wenn man das so tut, das so beschreibt, dann überhüllt man nicht die eigene Nation, weil man ja die andere nicht herabwürdigt. Aber man würdigt seine eigene Tradition und seine nationale Identität. Wie kann das denn überhaupt sein, dass wir uns überhaupt über so ein Sachverhalt uns unterhalten müssen? Ich bin ganz sicher, in Frankreich wird über sowas nicht geredet. Ich bin ganz sicher, in Italien, meine Schwiegertochter ist Italienerin, über so etwas wird nicht geredet. Meine Schwiegertochter und mein Sohn leben in Barcelona. Ich bin ganz sicher, in Spanien wird über so etwas nicht geredet. Das hat etwas mit unserer Geschichte zu tun. Und wir müssen ein Bewusstsein über unsere Geschichte bekommen. Deshalb auch dieser kleine Video vorne rein, wo auch ein wichtiges Element unserer Geschichte, Drittes Reich, durchaus angesprochen war. Aber in einer Abstufung, in einer gehörigen Bewertung. Was wir aber hier in Deutschland erleben, sind 70 Jahre Kollektivismus, Dekonstruktion und Bildung der neuen Gesellschaft. Wir starten mit dieser sehr, sehr, sehr negativen Entwicklung. Im Grunde bereits im Jahre 1945, als die Siegermächte, die Re-Education der Deutschen, geplant haben und durchgeführt haben. Es war ein Teil der psychologischen Kriegsführung. In der Potsdamer Konferenz, also die Drei-Mächte-Konferenz, hat der stellvertretende Außenminister, der damalige stellvertretende Außenminister, Archibald MacLeish, zitatweise, ich zitiere das wortwörtlich, gesagt, wir werden die gesamte deutsche Tradition auslöschen. Es geht noch viel brutal weiter. Es ist das Ziel der Umerziehung, den Charakter und die Mentalität der deutschen Nation zu verändern, sodass Deutschland schließlich ein Land ohne Überwachung gestattet, ein Leben ohne Überwachung gestattet werden kann. Naja, NSA wird schon da sein, ne? Dafür sei eine Behandlung der Deutschen notwendig, die man mit der eines Kriminellen in einer modernen Haftanstalt vergleichen könne. Wir werden einen Prozess in Gang setzen, an dessen Ende die deutsche Self-Re-Education stehen müsse, die man auch Charakterwäsche nennen könnte. Das hat der stellvertretende Außenminister, Archibald MacLeish, damals auf der Potsdamer Konferenz gesagt. Jetzt kann man sagen, warum bringe ich in dem Vortrag etwas, was vor 80, 90 Jahren passiert? Weil man es zur Kenntnis nehmen muss. Aber er hat doch Erfolg gehabt. Genau, man muss es zur Kenntnis nehmen. Das sind aufeinander aufbauende Schritte, die am Schluss die Zerstörung der nationalen Identität haben. Und diese Re-Education wurde auch sehr stark unterstützt von Wissenschaftlern in den Gebieten Medizin, Psychologie, Soziologie. Zum Beispiel Psychoanalytiker, Schweizer C.G. Jung. Denn er warnte damals davon, einen Unterschied zwischen anständigen und unanständigen Deutschen zu machen. Er sagte, die Deutschen seien kollektiv schuldig. Der Grund sei eine allgemeine psychische Minderwertigkeit des deutschen Menschen. Und die einzig wirksame Therapie, hat er so gesagt, das ist nachweisbar. Die einzig wirksame Therapie sei es, dass die Deutschen dazu gebracht werden müsse, ihre Schuld anzuerkennen. Ja, dass sie sich selbst öffentlich und immer wieder zu ihrer Schuld bekennen. Ist brutal, oder? Wussten Sie das, dass das die Grundlage unserer 70, 80-jährigen Entwicklung ist? Ja, es wird aber nicht mehr in den Schulen gelehrt, weil man ja im Grunde... Es wurde nie in den Schulen gelehrt. Wie bitte? Es wurde nie in den Schulen gelehrt. Nein. Genau, weil du sagst, nicht mehr. Es wurde nie in Deutschland, also in der Bundesrepublik Deutschland wurde es nie gelehrt. Nur Menschen mit eigenem Verstand und eigenem Geist haben in diesen Feldern eben ihre Informationen bezogen, so wie ich. Ich sage das und ich habe diese Themen bereits als 16-, 17-jähriger Schüler streitig, streiterisch mit meinen Lehrern, die waren die ersten 68er-Lehrer, streiterisch ausgehandelt. Was glauben wir, was da los war? Ich erinnere mich an einen Deutschlehrer, in Deutsch war ich immer sehr gut, und wir hatten ja immer politische Themen. Dann hat er mir mal unter einem Aufsatz, drunter geschrieben, Martin, mit dem, was du da sagst, kann ich mich überhaupt nicht einverstanden erklären. Alleine die Tatsache, in welcher Art du das schreibst und in welcher Qualität du das schreibst, kann ich nicht anders als dir eine Eins geben. Der hat ja wenigstens noch so fair gewesen und hat mir eine Eins gegeben. Heute würdest du eine Fünf kriegen, wenn du nicht das geschrieben hättest, was der dir vorgegeben hat. Naja, also, das war der Anfang des Ganzen. Und es war auch ein Teil dieses Prinzips und dieser Konzeption und dieser Methodik, dass man eben Personen des öffentlichen Lebens finden muss, Prominente, Schauspieler, Journalisten, die dieses Schuldbekenntnis immer und wie immer wieder sporadisch wiederholen sollten. Und dann hatten wir im Jahre 1945, ich arbeite ja ein bisschen Geschichte gerade auf, hatten wir ja auch dann die Evangelische Kirche Deutschlands, die ein Schuldbekenntnis an alle Deutschen geschrieben hat, 1945. Wo sie genau diese immerwährende Schuld der Deutschen als Bestandteil ihrer Botschaften des Religiösen darstellt, Evangelische Kirche. Das wurde auch gelehrt. Ja, das wurde gelehrt. Ja, wobei die Katholiken mittlerweile bedauerlicherweise versuchen, ziemlich aufzuholen. Ich meine, du hast ja eingestanden, oder? Ich meine, mehrfach hier. Ja, ja klar. Klar. Dann kam die Frankfurter Schule, hat der Herr Vorher schon angebracht, Deutungshoheit mit dem politischen, die Frankfurter Schule kennen Sie ja 1950, politische Korrektnis, Akzeptanz linker, politische Positionierungen und so weiter, Habermas, Adorno, Marcuse, Fromm und so weiter. Dann kam in der Phase 1960 die Vergangenheitsbewältigung. Dann wurden wir ja wieder Mitglied der Westbindung, die Wiederbewaffnung, NATO-Beitritt, erste türkische Gastarbeiter, Und dann war die direkte Beeinflussung über die Re-Education-Politik, wurde reduziert. Weil die dann gecheckt haben, das ist zu massiv, das ist zu von oben nach unten. Sie haben gecheckt, dass die Deutschen bereit und willens waren, nachdem sie die ersten wirtschaftlichen Erfolge wieder erzielt haben, sich dem American Way of Life anzugleichen. Und haben sozusagen die Elemente des American Way of Life mitzumachen. Und dadurch begann ja auch schon die Phase, dass diese Auflösung der traditionellen Bräuche und Sitten dann angefangen hat. Das ist natürlich in den nächsten 50 Jahren enorm beschleunigt worden. Wir hatten dann die marxistische Kulturrevolution, so ab 68, die 68er, die einen strategischen Fehler gemacht haben, indem sie geglaubt haben, die marxistische Gesellschaft zu etablieren, indem sie durch Terror diese marxistische Herrschaft etablieren könnten. So wie es in Russland nach der Revolution machbar war. Also dieser Spruch, dieser Spruch, Proletarier aller Länder vereinigt euch, haben die gecheckt, das funktioniert nicht. Das hat auch schon Antonio Gramsci, ein italienischer Kommunist, gemerkt. Und der war viel raffinierter. Der hat gesagt, um den marxistischen, kommunistischen Ansatz in einer Gesellschaft zu etablieren und zur Führungsmeinung zu machen, bedarf es der Erringung der kulturellen Hegemonie. Und deshalb müssen wir uns nicht mit den Proletariern beschäftigen, denen müssen wir hin und wieder mal ein Stückchen Süßigkeiten hinwerfen, sondern wir müssen den intellektuellen Überbau für uns gewinnen. Und dann gewinnen wir die Priorität und die Dominanz über die Gesellschaft. Gottfried Benn hat das mal wunderbar formuliert, indem er gesagt, das habe ich auch mal im Bundestag gesagt, dann haben sie gekreischt wie Sau die anderen. Das Abendland geht nicht zugrunde an der mangelnden Kultur. Das Abendland geht auch nicht zugrunde an den Totalitarismen. Das Abendland geht zugrunde wegen dem hündischen Kriechen, der Intellektuellen vor den politischen Opportunitäten. Und genau das hat sich innerhalb der 40 Jahre enorm entwickelt. Das heißt, Sie haben gemerkt, die 68er, mit Terror kriegen wir das nicht hin, abgesehen davon, da war der Staat auch noch verteidigungsbereit und fähig. Aber die Bereitschaft ist die viel wichtigere Komponente als die Fähigkeit. Wir wären heute nicht mehr befähigt und wir wären auch nicht mehr bereit und das wäre viel schlimmer. Also muss man die Befähigung zur Verteidigung der Demokratie wiederentwickeln. Und wenn man diese Befähigung anstrebt, die Bereitschaft, wenn man diese Bereitschaft entwickelt, dann wird man auch die Befähigung realisieren können. Und dann haben die 68er gesagt, nee, wir müssen da einen Dreh machen. Wir müssen durch die Instanzen marschieren. Und dann sind sie durch die Institutionen gelaufen. Sie sind sozusagen Hochschulprofessoren geworden und haben ihre Katheter zur Agitationszentrum ihrer neokulturmarxistischen Ideologie zu Agitationszentren gemacht. Haben Lehrer ausgebildet, ich hoffe, allzu viele Lehrer beleidige ich jetzt nicht. Haben Lehrer ausgebildet, die diese marxistische Grundtenor an die Kinder in den Schulen weitergeben. Und wenn das dann schon in der zweiten, jetzt fast schon zweiten Generation ist, dann sind das Phänomene, die sich einfach perpetuieren und verfestigen. Sie sind Richter geworden und wir haben immer zunehmend immer mehr das Problem und auch die Wahrnehmung, dass durch diese Richter aus ideologischen Gründen Täter zu Opfern gemacht werden und Opfer zu Tätern gemacht werden. Nicht mehr die Opfer sind die Opfer, sondern die Täter sind die eigentlichen Opfer. Nur manche. Hm? Nur die passenden, ja. Das heißt, sie sind auch Priester oder Pfarrer geworden und haben ihre Kanzeln in ihren Predigten zur Vorfeldorganisation grüner Ideologie. Denn die Grünen kommen ja nicht so langsam mit den 68er ans Tageslicht. Alles, was hier gespielt wurde, zerstört die wesentlichen Grundelemente unserer gemeinsamen Zivilisation, unserer Nation. Dann kam die grün-alternative Bewegung, so ab 1980. Teile dieser 68er sind in diese grün-alternative Bewegung hineingegangen. Sie zeichnen sich im Grunde dadurch aus, dass sie alle überkommenen Werte, die wir als Konservative für überkommene Werte halten, immer und immer wieder verächtlich machen. Ehe braucht man nicht. Ehe für alle ist besser als Ehe zwischen Mann und Frau. Was sie aber nicht checken ist, dass sie dadurch den Büroboden für andere Religionen frei machen. Ehe für alle bedeutet, irgendwann mal Ehe eines Mannes mit vier Frauen. Das ist dann auch eine Ehe. Bei uns ist doch die Ehe zwischen Mann und Frau. Mit dieser grün-alternative Bewegung zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre Kinder im SUV in den Kindergarten bringt, ständig von der CO2-Katastrophe redet, am Nachmittag sich aber mit fünf gleichgerichteten ideologischen Tanten zum Kaffeetreffen, wo sie sich dann permanent über diesen menschengemachten Klimawandel fürchterlich erregen. Und fordern dann, damals noch, 5 Mark für einen Liter Benzin. Benzin, ja jetzt sind wir schon bei 2 Euro, so ungefähr. Ist nur noch ein bisschen hin, bis wir so weit sind. Der normale Populus, der Pöbel, der soll vielleicht nur alle fünf Jahre nochmal in Urlaub fliegen dürfen. Sie selber natürlich, da sie ja zur Elite gehören, die haben keine Restriktionen in dieser Problematik. Ab 1990 kam dann die multikulturelle Bekehrung. Multikulti ist bunt, deutsche Gesellschaft ist trist. Wenn wir noch mehr Multikulti haben, dann wäre sie noch bunter. Ist das Multikulti wirklich bunt? Dieses Multikulti ist Burka Schwarz, meine Damen und Herren. Und dann sind wir natürlich wieder an einem ganz wesentlichen Punkt. Die Freiheit des Individuums, das Grundprinzip des Christentums, kann niemals schiedlich-friedlich in einer Gesellschaft sich organisieren mit einem islamorientierten Menschenbild, die die totale Unterwerfung des Menschen unter den Willen Allahs fordert. Da gibt es keine Freiheit des Individuums. Da gibt es nur, entweder du machst das, was im Koran steht oder in den Haditen, oder du bist ein Apostat und dann musst du... Das kann nicht zusammen funktionieren. Das funktioniert momentan, weil wir, die wir hier immer schon leben, so bequem und so idiotisch tolerant geworden sind und gar nicht merken, wie hochgefährlich diese Entwicklung ist. Ich denke mal, mit diesem grundgeschichtlichen Vortrag der Entwicklung, denn das sind alles die Grundlagen dessen, was wir innerhalb der letzten... Es ist nicht erst seit Merkel, sondern seit 30, 40, 50 Jahren ihren Entwicklung haben. Und wir haben ja auch den Kohl, den Helmut Kohl gehabt, der einen Bundestagswahlkampf 1981 mit dem Motto geführt hat, wir brauchen dringend die geistig-moralische Wende. Er hat das richtig erkannt. Genau diese geistig-moralische Wende, die ja die Konsequenz aus dem darstellt, was ich hier gerade darstelle, die hat er richtig getroffen. Gemacht hat er gar nichts. Weil sie aus opportunistischen Gründen gemerkt haben, es könnte ein größerer Vorteil sein, wenn ich in den Metropolen mich jetzt auch ein bisschen woke, mich auch ein bisschen multikulti-orientiert gebe, könnte der Wählerzustrom ein bisschen größer sein, als wenn ich nur ausschließlich auf diesem grundkonservativen Grundposition bleibe. Und der Schluss dieses Nichtstun war dann natürlich die Frau Merkel, in ihren 15 Jahren, die im Grunde gar nicht besser zusammenfassen konnte, was sie hier angerichtet hat, als sie sagte, nun sind sie halt mal da. Aber war ja so. Wie bitte? War ja so. Was hätte sie anders sagen sollen in dem Moment? Wir schicken sie wieder zurück. Suizidbegehen. Seppuku. Ritualisierter Selbstmord nach japanischem Prinzip. Shinto nennt sich die Religion, wenn man sich selber umbringt. Ich gebe mal jetzt so ein bisschen ins Detailpolitische doch wieder ein bisschen hinein. Demokratie. Verständnis der Demokratie bei den anderen im Bundestag, der neuen Einheitspartei Deutschlands. Ich bin auch Mitglied im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie kennen die Bundeszentrale für politische Bildung. Wird vom Innenministerium massiv finanziert. Es werden jedes Jahr an die tausend Bücher publiziert, gedruckt, an die Schulen verteilt und so weiter und so weiter. Und als wir uns damals konstituiert haben im Bundestag, da sagte der Herr Krüger, das ist der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, ein ehemaliger DDR-SEDler, Die Debatte ist das Grundprinzip des demokratischen Lebens. Da kann man nichts gegen sagen. Aber wir haben zu bestimmen, mit wem wir diese Debatte führen werden. Und seit Neuestem, das war 2017, ist eine Partei im Bundestag, mit denen wir niemals eine Debatte führen werden. Das ist das Verständnis der Demokratie dieser Personen. Sofort. Ja, was bleibt dir denn da anders übrig? Ich habe meine Tasche gepackt, aufgestanden, habe gesagt, Sie haben einen an der Waffel und bin gegangen. So unfassbar, so etwas in den parlamentarischen Raum zu bringen. Sie wollten was sagen? Nein. Gehen wir mal, also das war Demokratie, gehen wir mal Inflation. Wir haben vor einer Woche erfahren, sowas läuft normalerweise ja ganz unter dem Schirm, dass Deutschland im letzten Jahr 51 Länder Schulden in Höhe von 15 Milliarden Euro erlassen hat. Die also verschuldet war bei den Deutschen aus dem Budget der deutschen Regierung. 15 Milliarden. Also nicht nur jetzt, es waren auch EU-Länder dabei. Wissen Sie, was die Begründung war? Aufgrund der Inflation müssen wir Sorge tragen, dass die Schuldenverlängerung dieser anderen Staaten, der Club-Met-Staaten, möglich ist. Deshalb geben wir 15 Milliarden her, damit die ihre Schulden weiter aufnehmen können. Denn wenn sie diese Schulden in unserer jetzigen Situation nicht mehr aufnehmen könnten, dann müssten sie Bankrott erklären, weil ihnen keiner mehr Staatsanleihen mehr abkauft. Abgesehen davon, die deutsche Bundesregierung hat jede Menge ausländische Staatsanleihen schon denen abgekauft, damit sie sozusagen weiter ihre Verschuldung treiben können. Wir haben ungefähr 2,5 Billionen Euro explizite Verschuldung. Klingt relativ wenig oder viel, je nachdem, also 2500 Milliarden Euro explizite Verschuldung. Das sind die, die ausgewiesen werden, die auch nachgewiesen und nachgehalten werden. Aber es gibt auch die sogenannte implizite Verschuldung, die keine Behörde in unserem Land wirklich erhebt. Und diese implizite Verschuldung sind zum Beispiel, die wird auch nirgends dokumentiert, das sind zum Beispiel Pensionsverpflichtungen, die zwangsläufig kommen werden. Das sind Rettungs- und Hilfsfonds, implizite Verschuldung. Und dieser implizite Verschuldungsgrad liegt ungefähr bei 7 Billionen. 2,5 Billionen explizite, 7 Billionen implizite Verschuldung. Und dann ungefähr 2,5 Billionen Rettungs- und Hilfsfonds. Wir haben alleine einen Pandemie-Rettungsfonds von 70 Milliarden oder ich weiß nicht, nee, 700 Milliarden, 700 Milliarden Pandemie-Rettungsfonds, Hilfsfonds, der natürlich zu allergrößten Teil aus deutschen Geldern finanziert wird. Also nochmal 2,5 Billionen. Wenn man explizite, implizite und diese Hilfsfonds, Rettungsfonds zusammen addiert, dann kommen wir auf 12 Billionen Verschuldung. Jetzt kommt aber nochmal hinzu, Target-2-Seiten. Das kennen Sie auch, Target-2-Seiten, das sind sozusagen die Forderungsbilanz, die Forderungspositionen der Deutschen Bundesbank gegenüber der Europäischen Zentralbank für deutsche Exporte in diese anderen Länder, die aber niemals ausgeglichen werden, sondern die werden nur fortgeschrieben. Und wenn dem Euro was passiert, werden sie auch nicht mehr fortgeschrieben, dann ist es einfach verlorenes Eigenkapital. Schreck. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei 13,5 Billionen Verschuldung. Nach den Verträgen dürfte die Verschuldung einen Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts nach dem Maastricht-Vertrag von maximal 60%. Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr von 3,9 Billionen gehabt. Also eigentlich dürften wir nur einen Verschuldungsgrad von rund 2 Billionen haben. In Wirklichkeit aber haben wir eine Verschuldung, die jenseits, also 13 Billionen sind. Dann heißt das Sondervermögen. Jetzt frage ich Sie einfach mal, der eine oder andere wird es wissen, aber wie hoch schätzen Sie das Vermögen der Deutschen an Immobilien und an Kapitalvermögen? Wie hoch schätzen Sie dieses Vermögen aller Deutschen zusammen? 5 Billionen. Wie viel? 5. 5 Billionen? 5 Billionen. Hä? 5 Billionen. 5 Billionen? Nein. Es wird ausgerechnet so um die 13 Billionen. Das heißt, genau dem Schuldenäquivalent dessen, was wir hier gerade dargestellt haben, haben wir eine Vermögenssituation aller Deutschen zusammen. Was folgt denn aus dieser Disparität? In dem Moment, wo wir eine Rekapitalisierung benötigen und alles wieder sozusagen neu starten müssen, dass es gar nicht mehr anders geht als durch sogenannte Lastenausgleich. Das heißt, Exekution der Enteignung und der Übertragung von Vermögenswerten an den Staat. Es ist gar nicht anders vorstellbar. Wenn Sie so etwas in den Ausschüssen mit den Politiker-Kollegen besprechen, dann sagen Sie, ihr spinnt doch, ihr habt doch keine Ahnung. Wovon redet ihr eigentlich? Wir reden von der Wirklichkeit. Und wenn wir sozusagen wieder in eine Restitution, in ein Reset kommen wollen und auch müssen, dann muss man über diese Sachverhalte schiedlich-friedlich, aber auch rational diskutieren. Weil wenn Sie das nur emotional diskutieren, kommen Sie niemals zu einer Lösung. Aber der Reset funktioniert ja nicht. Weil wir einmal die Schulden angehäuft, indem wir, weil wir ja gerade eins tun, Leute subventionieren, seit Jahren durchfüttern, die überhaupt ja hier weder Wohlstand geschaffen haben, noch in Zukunft was schaffen werden. Das ist ja der Grund für die Verschuldung, auch innerhalb des Landes. Naja, na selbstverständlich. Also das ist die Situation, sagen wir mal, von der ökonomischen Seite her. Vor kurzem habe ich zum... Ich hatte immer die Vorstellung, dass so ungefähr 250.000 bis 280.000 Deutsche pro Jahr auswandern. Ich habe ein DESTATIS, also aus der... Das ist auch eine Organisation der Bundesregierung, wie heißt es, Datenmeldebehörde oder wie auch immer. Datenmeldung von DESTATIS. Statistisches Bundesamt, so heißt es. Manchmal komme ich nicht auf die Begrifflichkeit. Die gehen davon aus und haben ermittelt, dass im letzten Jahr, im Jahre 2021, 810.000 Leute ausgewandert sind. Qualifizierte Deutsche. Gut, da werden auch Rentner dabei gewesen sein. Ja, aber das ist aber die Entwicklung. Wir bekommen immer mehr Leute herein, die niemals einen Beitrag leisten werden zur Aufrechtheitung und zur Finanzierung unseres Staatshaushalts, sofort, und unseres Sozialsystems. Und immer mehr wandern ab aus diesem System, aus eben besagten Gründen. Deshalb kommen ja auch nicht die wirklich Qualifizierten zu uns. Bei der hohen Steuer- und Abgabenlast, die nirgendwo in anderen Ländern in dieser Höhengrößenordnung besteht, da wäre man ja völlig mit Schucke, wenn man hierher nach Deutschland käme. Da geht man doch lieber in andere Länder, wo diese, zum Beispiel Schweiz, wo diese Belastung deutlich, deutlich, deutlich geringer ist. Wir haben in Deutschland ungefähr 34 Millionen Leute, die Einkommensteuer- und Abgabesteuerpflichtig beschäftigt sind. 34 Millionen. Über 40. Nein? Über 44. Nein, meine Zahl ist relativ neu verifiziert. Meine auch. Ja, okay. Aber vielleicht finden wir ja trotzdem ein Zusammenkommen. 34 Millionen. Und da muss man ungefähr 10 Millionen abziehen, die sind prekär beschäftigt oder haben nur einen relativ geringen Beitrag an Abgaben, an Steuerzahllast und so weiter. Also wenn man da 10 Millionen abzieht, 24 Millionen sind wir dann. Man muss ja vielleicht dann auch, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz dringend, weitere 7 Millionen Beamte und im öffentlich-rechtlich Beschäftigtenbereich auch abziehen, weil die zahlen zwar Steuern und Abgaben, aber das sind ja Steuern und Abgaben, die man den werteschöpfenden Milieus vorher erstmal abgezogen hat. Man könnte die auch steuerfrei stellen. Dann würde zwar der Staat weniger einnehmen, aber er würde auch dann die werteschaffenden Bürger nicht so stark belasten. Wenn Sie also von den 24 Nummer 7 abziehen, dann sind Sie so bei 17, 16, 17 Millionen Menschen, die für alles aufkommen, was hier in Deutschland und mit zunehmender Anzahl, denn wir sind nicht mehr bei 80 Millionen, wir sind mittlerweile nach der neuesten Bevölkerungsstatistik bei 84 Millionen in Deutschland und die Grünen wollen ja bis Ende dieses Jahrzehnts, dass wir auf 90 Millionen Leute anwachsen, unsere Nation. Das heißt, niemals, niemals werden die in den werteschöpfenden Bereichen arbeitenden Menschen ein solches Sozialsystem aufrechterhalten und finanzieren können und ein solches Staatswesen. Ja, das setzt voraus, dass wir das jetzt erstmal ändern. Was sind denn die Techniken, mit denen diese ganze Geschichte, wie lange mache ich jetzt schon? Eine anderthalb Stunde. Mache ich schon? Anderthalb? Ich glaube, wir haben jetzt 8 Uhr. 8 Uhr, wir haben angefangen, 8 Uhr weiß ich. Mache ich noch ein bisschen. Diese Instrumente. Wir haben also tatsächlich 44 Millionen Beschäftigte, aber davon sind nur 27 von Nettosteuerzahler. Sag ich, ich sage 24, ich sage 27, okay. Da gibt es dann immer auch mal ein bisschen Ungenauigkeiten. Aber, naja, passt doch. Was sind denn diese Instrumente unserer Politik, um das alles sozusagen ohne Widerspruch durchzusetzen? Es ist in allererster Linie die Angsterzeugung, die die Medien entwickeln und die Politik natürlich auch. Schauen Sie, wo ich noch Schüler war, 16, 17, war der Club of Rome. Und dann hat er erzählt, in 10 Jahren gibt es kein Erdöl mehr. Die Menschheit geht unter, wenn wir kein Erdöl mehr haben. Dann kam der saure Regen. Dann kam das Ozonloch. Dann kam der Klimawandel. Jetzt haben wir Corona gehabt. Ich möchte nicht wissen, was als nächstes kommt, um die Angst zu erzeugen. Mit Angst. Es gibt kein anderes psychologisches Instrument, um Bürger, Menschen leichter zu führen und zu verführen, als mit dem psychiatrischen, psychologischen Phänomen der Angst. Auch Erziehung von Kindern basiert oft auf Angst. Indem ich sage, wenn du das machst, dann ist das ganz, 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 ganz gefährlich. Oh ja, super. Dankeschön. Dankeschön. Der nächste Ansatz unserer Hochmögenden ist die Penetration. Die immer und immer wiederkehrende Indoktrination. Der weitere Bereich, mit dem eingesetzt wird, das sind Dinge, die sehr stark in der Kognitionswissenschaft sich entwickelt haben. Und ich habe mich ja in meinem Beruf permanent damit beschäftigt. Und die wenigsten wissen das. Die Frau Merkel hat vor vier Jahren drei Kognitionswissenschaftsprofessoren ins Bundeskanzleramt eingestellt, als festangestellte Bürger. Das ist die Ausgrenzung und die Tabuisierung. Mit dieser, früher hat man Political Correctness gehabt. Also, wenn du das sagst, sagst doch bitte ein bisschen anders. Und aus dieser Political Correctness hat sich so langsam, aber sicher, die Cancel Culture entwickelt. Es wird nicht mehr das moniert, was man sagt und wie man es sagt, sondern der, der es sagt, wird sofort ausgegrenzt und aus dem politischen, gesellschaftlichen Diskurs verbannt. Und tabuisiert machen die Medien unentwegt. Vor kurzem hat irgendeine Trulla von ARD, ich weiß nicht mehr, wer es war, was die Maischberger oder so, gesagt, mit der AfD, mit der könnte man keine politische Diskussion, Talkshow durchführen, weil da würde nur unsachliches Geschwätz dabei rauskommen. Das ist Ausgrenzung, aber immer die gleichen Leute mit den gleichen Meinungen, das ist kein unproduktives Geschwätz. Nein, das ist natürlich Erleuchtung, Enlightenment, das nennt sich Aufklärung. Im Grunde das, was hier läuft, das ist die Zerstörung dessen, was wir als zivilisatorische Errungenschaft haben, nämlich die Aufklärung, die Hinwendung zur Wissenschaft, die Infragestellung des Altbekannten und die Durchführung, Versuche, Neues zu finden. Das wird alles weggetan. Der andere Ansatz ist die Hypermoralisierung. Wir haben aus Barmherzigkeitsgründen alle aufzunehmen. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe mit der Frau Göring-Eckardt, das ist ja eine verkrachte Theologiestudentin, mal ein Gespräch geführt. Und da sage ich, sie haben zwar keinen Abschluss in Theologie, aber sie haben auch überhaupt kein Verständnis über das, was in der Bibel steht. Weil in der Bibel steht nicht, wir müssen aus Barmherzigkeitsgründen den Fernsten versorgen. Da steht, kümmere dich um deinen Nächsten und nicht um deinen Fernsten. Und der heilige Thomas von Aquin hat im 13. Jahrhundert gesagt, Barmherzigkeit, nee, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Man muss die Barmherzigkeit in dieses Gerechtigkeitssystem einbauen, weil sonst ist es grausam. Aber, er hat dann auch gesagt, Barmherzigkeit ohne Recht ist die Auflösung aller staatlichen Ordnung. Und sehr verehrte Frau Göring-Eckardt, Sie haben keine Ahnung, habe ich zu ihr gesagt. Sie pluppern einfach nur sowas daher. Dann kommt dieser Werte-Universalismus. Ich respektiere jede Werte von allen Kulturen, aber ich erkenne die Aversion und die Nicht-Verschmelzungsfähigkeit verschiedener kulturellen, religiösen Grundlagen an. Das Christentum mit seiner Gottesebenbildlichkeit, habe ich vorher schon dargestellt, wird niemals verschmelzbar sein mit einem absolutistischen Dignum, Diktat, Allahs in den Haditen und im Koran. Denn da wird die totale Unterwerfung unter das, was im Koran steht, gefordert. Und der, der sich nicht daran hält, ist ein Apostat und der muss getötet werden nach den Forderungen des Korans. Das hat mit unserer aufgeklärten, freiheitlichen Gesellschaft gar nichts mehr miteinander zu tun. Ich habe, ja, jetzt will ich noch einen ganz kurzen Ausblick geben. Es wird nämlich immer schlimmer werden. Alle Welt und gerade auch in der Europäischen Union redet von Smart City. Haben Sie schon mal gehört? Familien haben schon beschlossen. Smart City? Ist schon los. Sie wissen, was das bedeutet. Ich war in neun Ausschüssen und neunmal war der Experte vor mir und musste mir regelnd Antwort stellen. Und er hat nur gute Absichten beteuert und hat die anderen Dinge, die da mitkommen könnten, abgestritten, dass er das gar nicht braucht. Ja, aber es wird genauso laufen. Smart City ist die Abkürzung Surveillance, S, für Überwachung. Dortmund ist Projektteilung gemacht. Monitoring. Die bauen schon. Monitoring, Kontrolle. S, M, A, Analysis, also Analyse. Reporting, also Berichterstattung an die entsprechenden Stellen. Technology, Technology, Technologie. Das bedeutet, und das ist auch Teil dieses Green Deals, die totale Zerstörung des Selbsteigentums, der Selbstentscheidungsfähigkeit des Menschen, etwas zu tun. Das ist absoluter Marxismus und Marioismus in Rheinskultur. Und der Habeck hat ja auch vor anderthalb Jahren gesagt, er empfindet im chinesischen System durchaus einzelne positive Aspekte. Weil das dauert alles gar nicht so lange, wenn man etwas entscheidet, sondern das kann man viel, viel schneller alles durchsetzen. In der Tat, in einer totalitären Diktatur ist das so. Aber dann sollen Sie doch nicht mehr hergehen und sagen, wir sind in einer Demokratie. Ich will ganz am Schluss, es wird alles noch schlimmer. Nämlich, wissen Sie, die Diktaturen der früheren Zeiten, darf ich noch ein bisschen? Die Diktaturen der vergangenen Zeiten, der alten Schule, die sind überholt. So läuft das heute nicht mehr. Die sind heute viel schlauer. Viel schlauer. Wenn sie auch grundsätzlich individualistisch viel blöder sind. Aber das System als solche ist schlauer. Die moderne totale Herrschaft funktioniert heute anders, nämlich durch Demokratie-Simulation. In Verbindung mit einer totalen Medienkontrolle. Und mit totaler Sprachdominanz, die die kulturelle Hegemonie in der Gesellschaft erringt und bewahrt. Genauso läuft das. Es wird noch schlimmer. Das globalistische Netzwerk auf unserem Erdenrund. Beispiel, Weltökonomikforum. WHO. Sie haben es mitgekriegt, was die WHO versucht hat, jetzt gerade durchzusetzen. Wenn eine potenziell neue Pandemie kommt, hat nur noch die WHO das Recht und die Autorität zu bestimmen, wie die Aktionen gegen diese Pandemie in den einzelnen Nationalstaaten durchgeführt werden müssen. Und die einzelnen Regierungen haben nichts mehr zu melden. Die WHO hat das zu bestimmen. Die WHO ist aber kein demokratisch legitimiertes Institut. Also werden wir zukünftig in diesem Fall von nicht legitimierten Führern, Anführungszeichen, in unserer Lebensführung vorbestimmt. Ja, nur wenn wir uns unterordnen. Unsere machen mit. Das sind die Ersten, die mitmachen. Alle diese Organisationen streben eine unangreifbare, eine Weltregierung an. Haben Sie mal Great Reset gelesen von diesem Malaria? Haben Sie mal gelesen? Also ich habe in meinem Leben vielleicht 15.000 Bücher gelesen. Das war das schlimmste Buch, was ich jemals gelesen habe. Sie müssen das mal lesen. Das ist inhuman, das ist totalitär und alles immer so schön verbrämt mit dem, wir sind doch die Guten. Wissen Sie, das absolut Böse wird durch die scheinbar Guten in die Welt gebracht. Und deshalb müssen die Guten endlich aufstehen und denen klar machen, nein, ihr seid nicht die Guten, ihr seid die absolut Bösen. Diese Struktur, von der ich gerade rede, ist im Grunde ein System der unangreifbaren Korporatokratie, der Verschmelzung zwischen politischer Entscheidung und wirtschaftlicher Macht. Die können alles bestimmen. Sie wollen eine weltweit kontrollierbare, bargeldlose Währung. Wenn das passiert, sind Ihre Souveränitätsrechte und Ihr Selbsteigentum als Mensch absolut zerstört. Sie wollen das Ende aller nationalen Souveränität. Sie wollen das Ende von privatem Eigentum. In zehn Jahren wird niemand mehr etwas besitzen und alle werden glücklich sein, hat der Herr Schwab gesagt, dieser Mensch oder Unmensch. Er hat vergessen zu sagen, dass ein paar von den hier auf dem Erden rund Lebenden alles besitzen werden und die anderen nichts mehr besitzen werden. Sie wollen das Ende der privaten Selbstbestimmung, des Selbsteigentums und Sie wollen auch das Ende des selbstentschiedenen Transports und Verkehrs. Ja, warum wollen wir denn ab 2035 keine Verbrennermotoren mehr? Weil sie Freiheit bedeuten. Weil sie Freiheit bedeuten. Natürlich. Und das E-Mobil kann man sich nicht kaufen, weil es zu teuer. Voilà. Und nicht genug Strom da ist. Sie wollen auch die Einführung eines weltweiten Social Credit Systems. So wie es in China schon praktiziert wird. Wenn du dich mehrfach vergehst gegen bestimmte sozial abgeglichenen Forderungen des Staates, dann verlierst du bestimmte Sozialkreditpunkte. Dann darfst du, wenn du geschäftlich, beruflich mit einem Schnellzug irgendwo hinfahren musst, darfst du nicht mehr mit dem Schnellzug fahren, sondern nur noch mit dem Vorortzug, mit den Regionalbahnen. Das heißt also, wenn du dich vergehst, kriegst du Abzüge an deinem Social Credit Point System. Und wenn du dich allgefällig verhältst, kriegst du Boni auf dein Sozialkreditsystem. Das heißt, eine leichter zu durchschauende Führung und Observanz des Menschen ist gar nicht vorstellbar. Also ich meine, Honecke lacht sich, ne ich hätte jetzt fast gesagt, der hätte sich vor Lachen in die Hose gepinkelt, wenn der die Raffinesse dessen, was jetzt am Laufen ist, damals in der DDR realisiert hätte. Wobei es kapitalistisch ist. Du wirst belohnt und bestraft. Das ist jetzt nicht zwangsläufig. Nö, das würde ich nicht als kapitalistisch bezeichnen. Sie wollen auch die totale Kontrolle des Bevölkerungswachstums. Sie wollen die digitale Identität und die Kontrolle über jeden Menschen. Stichwort Transhumanismus. Allein darüber könnte man den ganzen Tag drüber reden. Will ich aber jetzt nicht mehr tun. Ich will jetzt nur noch eine Sache mehr oder weniger darstellen. Das hatten wir vor kurzem, das war ja auch kurz angekündigt. Wir hatten ja aufgedeckt, dass die Regierung an die Journalisten, auch der öffentlich-rechtlichen Medien, millionenfach, also 1,5 Millionen an 100, wie viele Leute waren es? 100. Nee, das waren 116 Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des Deutschen Welle. Und es waren dann ungefähr so 60, 70 aus den privaten Medien. Jetzt kann man sagen, naja, 1,5 Millionen ist ja nicht ganz so viel. Wissen Sie? Die werden auch schon großzügig bezahlen. Ich finde, die Quantität spielt hier gar keine Rolle. Es ist eine Frage des Ethos. Ein Mädchen, was einmal bumst, Entschuldigung, die dann, ist keine Jungfrau mehr. Und wenn ich mich einmal wegen Geld mit der Regierung, der Exekutive gemein mache, und wenn es nur die Erfüllung eines Auftrages ist, dann bin ich nicht mehr neutral und ich bin nicht mehr in der Distanz. Sondern dann bin ich entweder in einem Gemeinschaftsverhältnis oder in einem untergeordneten Verhältnis. Das ist eine grundsätzliche Feststellung. Das kann nicht sein. Der Witz ist, wie das alles überhaupt abgelaufen ist. Wir haben im November diese Frage gestellt. Und dann hat das Bundespresseamt oder die Bundesregierung sehr verhalten. Im Grunde haben sie uns gar nichts auf die Erfragen geantwortet, was sie aber müssen. Denn wir als Abgeordnete haben das Recht, viele oder alle Dinge, was die Bundesregierung macht, in Erfahrung zu bringen. Sie müssen antworten. Sie zieren sich natürlich um. Und dann haben wir eine zweite Anfrage im Januar gestellt. Und dann waren sie ein bisschen offener in der Darlegung. Dann haben sie aber keinen Namen dargestellt, sondern eine Liste von Nummern, 400 Nummern, die in Geschäftsbeziehungen zur Bundesregierung stehen. Und dann haben wir diese Erkenntnisse, die ja dann ein bisschen deutlicher waren als bei der ersten Anfrage, die haben wir natürlich dann medial gestreut. Und die haben dann natürlich die Medien, auch die Mainstream-Medien, muss man wirklich so sagen, da haben sie wirklich etwas Interessantes drin gesehen. Und dann gab es ja welche, zum Beispiel der Reichelt, der dann sogar die Namen durch Korrelationen aufgeschlüsselt hat, sodass die Namen dann auch bekannt wurden. Was die Bundesregierung nicht dargelegt hat, und da könnte ja im Grunde der komplette Hintergrund und die Masse des Geldes, was geflossen ist, stecken, alles das, was im Auftrag des BND, also des Bundesnachrichtendienstes, an die, mit den Redakteuren zusammen, da wollten sie gar keine Informationen geben. Und wir sind jetzt gerade dabei, eine dritte Anfrage zu stellen, wo wir sie im Grunde unter Androhung juristischer Schritte zwingen werden, jetzt wo das so schon zum Teil bekannt ist, auch die Namen ordentlich darzustellen. Beim BND ist meine Frage, das habe ich auch gelesen, aber der BND ist ja eigentlich primär für die Auslandsaufklärung zuständig. Was geht denn der BND, was hat er mit deutschen Journalisten? Ja eben, das heißt, es sind ja eben Aufträge, die eigentlich innerpolitisch zu verorten wären, wurden an die BND vergeben, sodass sie die Notwendigkeit nicht mehr nachvollziehen mussten, dass die dann auch bekannt gegeben werden. Wir sind da auf einem ganz heißen Ding, ich bin da ganz sicher, da wird noch viel, viel, viel rauskommen. Naja, das war jetzt das. Ganz am Schluss will ich noch zu dem, was aber in das Ganze, was ich heute Ihnen hier dargestellt habe, unheimlich gut reinpasst. Das Problem Ukraine-Russland. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Wenn ich Ukrainer wäre, dann würde ich sagen, das, was die Russen da machen, das ist ein Angriffskrieg, wenn ich Ukrainer wäre. Wenn ich Ostukrainer wäre, also im Donbass leben würde, würde ich sagen, das ist ein Verteidigungskrieg, gegen die dagegen, also den wir führen müssen, um zu überleben. Wenn ich Russe wäre, würde ich sagen, nee, Ostukrainer, das wäre ein Befreiungskrieg, so würde ich das nennen. Ein Befreiungskrieg, den die Russen unterstützen. Wenn ich Russe wäre, würde ich sagen, das ist ein Verteidigungskrieg, gegen die immer stärker an meine Grenzen heranwachsenden NATO-Struktur, die meine Autonomie und meine Souveränität bedroht. Wenn ich Amerikaner wäre, würde ich sagen, oh nice, what a big business. Ich bin aber Deutscher. Und als Deutscher sage ich, was soll der Scheiß? Wollen wir wirklich unsere Wirtschaft total in die Grütze fahren, dass wir total verarmen, unsere wirtschaftlichen Strukturen zerstören? Jetzt kann man sagen, alle fünf Positionen, die ich gerade in diesem Plot dargestellt habe, kann man nachvollziehen, gibt Gründe dafür. Aber vier in diesem Fünferplot verfolgen ihre Interessen. Die einzigen, die ihre Interessen nicht verfolgen, ist die deutsche Regierung, weil wir machen Dinge mit, die uns brutal schädigt. Aber das ist sozusagen die Konkretisierung dessen, was ich in zwei Stunden Ihnen hier versucht habe oder Ihnen dargestellt habe. Ich ende meine Vorträge immer persönlich. Und zwar immer mit Friedrich Hölderlin. Sie kennen den Friedrich Hölderlin? Friedrich Hölderlin ist für mich der absolute Akrobat der deutschen Sprache. Der lebte in Tübingen und ich bin da jeden Tag dann vorbei, wenn ich in die Tübinger Universität gegangen bin. Der Friedrich Hölderlin war zeitweise dem Wahn anheimgefallen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nichts Schlimmes. Das ist eine Form von Selbstschutz. Aber er hatte auch lichte Momente und dann hat er so ganz legendäre Hymnen geschrieben, unter anderem Patmos. Und da sagt der Hauptdarsteller dieser Hymne, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, meine Damen und Herren. Und das Rettende in unserem Zustand, das ist Freiheit, das ist konservative Werteorientierung, das ist Vaterlandsliebe. Und genau diese drei Dinge, das ist das Fundament der Alternative für Deutschland. Und deshalb wird es uns gelingen, dass wir Deutschland zurück in die Zukunft führen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Martin Renner. Ein Vortrag, wie ich Ihnen erwarte. Ja, wir wollten so mit der Fragerunde weitermachen, da die Zeit ja schon vorangeschritten ist und viele Leute arbeiten müssen morgen früh. Da sehe ich auch schon eine Meldung. Ich spring da jetzt einfach mal rein. Ja, zwei Mikros habe ich leider vergessen. Also ich habe fast an alles gedacht, aber ich habe die zwei, drei Mikros vergessen. Ja, passiert. Mein Name ist Korf, Herr Sommers Groß. Vielleicht in einer halben Minute den Lastenausgleich für jemanden, der ein Haus in Wert von 52.000 Euro besitzt. Und die zweite ganz kleine Frage, jetzt gehen Sie mir recht, dass die Rechnung bezüglich des Lastenausgleichs auf dem Gebiet der früheren DDR nicht aufgehen wird. Also, es ist ja noch nicht entschieden, aber im parlamentarischen Raum bei den Abgeordneten wird schon einiges über das Thema diskutiert. Dass es so etwas geben würde, könnte passieren, dass es so etwas gibt. Also man muss sich ein bisschen zurückhalten, man kann nicht sagen, das wird garantiert kommen. Wenn man allerdings die wirtschaftliche Entwicklung sich anschaut, in der Schnelligkeit, mit dem wir tatsächlich in den Abgrund stürzen, auch wirtschaftspolitisch und wohlstandsmäßig, dann wird man kaum eine andere Konsequenz sehen, als dass das mit dem Lastenausgleich kommt. Wie das dann im Einzelnen konfiguriert sein wird, ich denke mal, es wird geschätzt, wir haben ja das Zensus gehabt, wir haben jetzt die Grundsteuererklärung und so weiter, das heißt, die Exekutive, sowohl im Bund wie auch in den einzelnen Bundesländern, hat ja im Grunde alle Informationen, die sie benötigt und dann gehen sie her und machen Schätzwerte, natürlich zu ihren Gunsten relativ hoch und dann werden sie sagen, zwischen 30 und 40 Prozent, vielleicht sogar 50 Prozent, dass man das über Zwangshypotheken dann an den Staat abführen muss, der dann diese Zwangshypotheken, und das werden die vornehmlich Älteren sein, die werden diese Zwangshypotheken bei einem dann gestiegenen Hypothekenzins, denn das ist die zwingende, notwendige Folgerung dessen, was wir mit der Inflation momentan haben, diese 2,75, die wir haben als Leitzins, das wird nicht ausreichen. Wir werden in Richtung 4, 5 Prozent gehen müssen und das bedeutet dann Zins, Hypothekenzins von einer Größenordnung 8, 8,5 Prozent, das kennen wir alles, als ich mein Anwesen damals gebaut habe, für meine Unternehmung und wo ich wohne, da waren 8,5 Prozent absolut normal. So, das heißt, es werden aber die Ärmeren, die Älteren, nicht auf die Reihe kriegen und dann werden diese ganzen Immobilien auf den Markt kommen, dann wird der Preis für diese Immobilien ins Uferlose abstürzen und eine weitere Situationsschilderung will ich mir jetzt sparen, was das im Einzelnen bedeutet. Ob das im Osten, jetzt geht es so in Richtung Frage, kann es so etwas wie einen erfolgreichen Widerstand gegen diese Form des Staatswesens geben? Das ist ein hoch schwieriges Thema, weil Widerstand nach unserem Grundgesetz grundsätzlich möglich ist, aber diejenigen, die darüber befinden, ob es legitim ist, Verfassungsschutz etc., etc., habe ich dann so meine Zweifel, ob man in Deutschland das tatsächlich durch einen gesetzlich begründeten Widerstand aufhalten wird können. Haben wir das bei Corona gesehen? Wie bitte? Haben wir das bei Corona gesehen? Ja, wobei bei Corona hat man schon auch ein Erwachen und ein Erwachen des Widerstandes schon gemerkt. Bedauerlicherweise, und das war meine politische Botschaft, die ich in der Zeit an alle gerichtet habe, die diese Spaziergänge organisiert haben und gemacht haben, ich sage, wir müssen ab einem gewissen Zeitpunkt von der Thematik Corona wegkommen und diese Demonstrationen umformatieren in einen generellen Widerstand gegen dieses politische, grundsätzliche, gegen diese Systemerscheinungen. Sie merken, ich bin ein bisschen vorsichtig in den Formulierungen, es muss auch sein. Ja, wurde aber dann letztlich nirgendwo richtig exekutiert. Wir hätten diesen erwachten Widerstand wirklich transformieren müssen in einen generellen politischen Widerstand. Aber wir lernen dazu, wir sind Menschen und wir lernen dazu. Ja, Martin, was Interessantes ist, doch was ganz, wenn du jetzt mal lachst, sei es jetzt Lastenausgleich, sei es jetzt Masseninflation, also letztendlich geht es ja der Mittelstand. Es geht ja letztendlich dazu, darum, den Mittelstand so lange zu melken, um das System so lange noch, den Polkosozialstaat so lange noch am Leben zu halten, solange es irgendwie halt noch geht und das auf den Mittelstand zu melken. Aber wenn man das zu drastisch macht, das ist doch eigentlich Interessante, wenn man das jetzt ja bei den Heizungen sieht, wo es so lange es nur die Industrie betrifft, die Industrie, die ich ja nicht kenne, dann jut es den beschaltenen Bürger ja gar nicht so. Aber interessant wird es ja, wenn die Einschläge direkt kommen, sei es jetzt bei den Heizungen, etc. Und die Frage ist doch, ich kriege doch solche Sachen doch eigentlich nur durch, wenn im Volk die Überzeugung herrscht, wir sind alle in einer globalen oder in einer nationalen Notsituation, sei es vom Krieg gewesen, der Krieg, wo alle dann wussten, wir haben den Krieg verloren und jetzt ist das halt so. Die Frage ist doch interessant, wie kriegt eine Regierung in dem selbstverursachten Chaos das gelebt. Ja, also solange sie über die Instrumentarien der Medien verfügen und auch über das Instrumentarium des Verfassungsschutzes, der ja nicht die Verfassung schützt, sondern, und das kann man auch ganz eindeutig sagen, sondern die Regierung schützt und nicht die Verfassung. ist ein Regierungsschutz. Solange haben sie schon die Machtmittel. Aber man muss ja immer auch unterscheiden zwischen wirklicher Macht, eingebildeter Macht, angemaßter Macht und vollzogener Macht. Und das, was wir momentan feststellen, und ich spüre einen Swing in unserer Gesellschaft, ich spüre auch einen Swing in den medialen Strukturen, obwohl wir sie gerade momentan ziemlich attackieren, ich spüre selbst bei den Journalisten momentan einen Swing. Auch wegen Corona. Und jetzt wollen sie sich ja alle vom Feld und vom Acker machen, sie haben ja alle mitgemacht. Das heißt, diese Akzeleration, die wir momentan haben, die natürlich systemorientiert und systemeigen der Grünen zuzuschreiben ist, diese Akzeleration der Bedrängnisse, zum Beispiel Heizung. Also ein normal tickender Typ würde das zum momentanen Zeitpunkt nicht auf die politische Akeln darstellen, wo wir doch schon in der Europäischen Union die energetische Sanierung haben, die ja noch viel teurer ist als die Heizungsfrage, sondern er hätte das erstmal lassen müssen. Für mich, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das zu beurteilen. Entweder sind die aufgrund ihrer Dummheit bereits so siegessicher oder es ist die nackte panische Angst, dass sie ihre Ziele nicht erreichen. Ich tendiere zum Letzteren. Es ist die nackte panische Angst, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können. Man merkt es ja schon, jetzt rudert er schon zurück, was die Heizungen angeht. Ja, weil es nicht geht. Das überholt die Grünen. Ja, wobei, solange sie die mediale Unterstützung haben, werden sie immer noch über eine gewisse Schwelle kommen. Ich würde mal sagen, ideologisch fundiert sind die nicht mehr als bei fünf bis acht Prozent der Menschen hier in unserem Land. Sie sind halt einfach nur über die Jahre hinweg die Menschen. Sie sind völlig säkularisiert, sie haben mit Glauben nichts mehr zu tun und sie hängen dem neuen Ersatz Glauben der Grünen an. Das ist eine Form von Ersatz Religion. Ja, jetzt kann man sagen, der Renner spinnt, wenn er sowas sagt, aber das sind psychologische Phänomene, die wir einfach berücksichtigen müssen, auch in unserer politischen Argumentation. Ja, gibt es weitere Fragen? Ja, hallo, grüße Sie. Herr Renner, ich habe mal eine Frage, Sie hatten eben gesprochen von den Eliten, die das so vordenken, Great Reset. Ich frage mich immer, mit uns Deutschen Michel, der extremen Gesetzestreue ist, kann man das alles machen? Haben die nicht die Rechnung oder den Wert gemacht? Wenn Sie diese ganzen Leute ins Land holen, die lassen sich nicht so einfach agieren. Die sind noch nicht egal. Ja, das Mikroform ist ein bisschen am leiden. Ja, auch wieder eine ganz schwierige Frage. Natürlich mit denen, die hier jetzt zuhauf zu uns kommen, kann man das nicht so ohne weiteres machen. Aber auch das ist vielleicht eine Frage der Dummheit, des Nicht Überblickens, was das eigentlich bedeutet. Dass wir so viele jetzt mit diesem anderen glauben, ich habe nichts gegen die können, ich habe fünfmal den Koran gelesen, die Hadithen, ich kann das nie akzeptieren, aber die können das in ihren Ländern durchaus, das ist deren Selbsteigentum, die können das auch machen. Die verstehen nicht, dass sie, sie benutzen diese Hereinkommenden mit ihrer Sozialisation, benutzen sie, um das eigene zu destabilisieren, denn die Destabilisierung bringt sie in ihrem Glauben der politischen Zielsetzung näher. Tatsache aber ist, dass die reine Quantität es nicht ermöglicht, dass sie mit dieser Form von sozialisierten Menschen tatsächlich das erreichen können, was sie politisch anstreben. Aber da muss man auch ein bisschen philosophisch denken, Ahnung haben von unserer Welt, um das zu durchdenken. Sie glauben doch nicht, dass eine Baerbock in der Lage ist, solche komplexen Sachverhalte zu durchschauen, im Leben nicht. Und diese Art von Menschen sind ja auch noch nicht mal in der Lage, wenn sie Experten und Wissenschaftler an ihrer Seite haben, weil sie sich ja selber schon so in dieser Höhe befinden, sehen, dass sie dem dann zuhören, der vielleicht dann wirklich die Ahnung hat und ihr das erläutern würde. Oder ein Herr Habeck, der hat von nichts in diesem Bereich, ich will ihn nicht seine Menschenwürde nehmen, aber er hat nichts in diesem Bereich von irgendetwas eine Ahnung. Das merkt man ja auch an den Sätzen, die natürlich dann die Geschäfte sind nicht insolvent, sondern sie hören nur auf zu produzieren. So blöder Spruch, aber daran merkt man einfach, der lebt nicht in diesen Strukturen. Wenn man beispielsweise Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert hat, dann in Unternehmen gearbeitet hat, dann würde ein solcher Satz niemals über die Lippen kommen. Warum habe ich so ein Husten? Ich habe nicht gehört. Natürlich, ja klar. Aber meinen Sie jetzt die Baerbock und den Habeck? Der sagt alles, was er sagen will. Der sieht keine Restriktionen. Ich finde das schwierig, die jetzige Leute zu schrauben. Das ist keine menschlich entwertende Kritik, die ich mache. Nein, das ist keine menschlich entwertende Kritik. Ich sage Ihnen, wenn ich mit denen ein Fachgespräch über Wirtschaftsstrukturen führen würde, der würde keinen einzigen Stich machen. Ich war mit 28 Marketing Direktor in einem großen Konzern. Der hat in seinem Leben noch nie in irgendeiner Wirtschaftsstruktur gearbeitet. Das ist ein wichtiger Punkt, was Sie sagen, ich behaupte und ich bin eigentlich ein menschlich fühlender Mensch. Mensch. Ich werde beispielsweise auf dem Bahnhof oder im Flughafen oft angesprochen, ob ich Priester wäre. Dann sage ich, nö, warum, aber manchmal laufe ich so rum. Dann sage ich, nö, dann sage ich, warum? Ja, weil ich habe ein Problem. Ich würde das gerne mit Ihnen besprechen und sagen, nein, ich bin kein Priester, aber Sie können das gerne mit mir besprechen. Mit anderen Worten, ich werde ihn nicht als Mensch herab. Aber es muss möglich sein, in unserer Gesellschaft, die auf Rationalität auch beruht, zu sagen, dieser Mensch ist inkompetent, um diese Funktionen auszuüben. Ja, wenn ich dazu noch was ergänzen dürfte, weil die Frage wurde oft gestellt. Wobei das eine ganz nette ist. Ja, richtig. Die Frage ist, wie kommt ein Mensch in die Position in den Bundestag? Das ist ganz einfach. Man braucht von dem Parteitag mehr als 50 Prozent, 50 plus, um gewählt zu werden. Das sind dann 250 Leute. Wenn man da bei den Grünen vielleicht auch emotional Themen anspricht, der Teddybär, die Pulleraugen, Gender, Klimawandel, und man macht das irgendwie mit Knopfdrücken, sodass die Leute aufstehen und applaudieren. Man macht eine reißerische, man weiß, was die hören wollen und sagt denen das. Dann hat man die emotional mitgenommen und dann wird man vorne auf die Liste gewählt und vorher in den Kreisverbänden um Delegierte geworben hat. Und das hat gar nichts mit Kompetenz zu tun, sondern das hat was mit sozialer Kompetenz vielleicht zu tun und Netzwerkbildung, aber nicht mit Wissen oder mit Kompetenz im Thema. Warum schütteln Sie immer mit dem Kopf? Er hat auf dem Parteitag 200 Leute überzeugt mit dem Thema, was die hören wollen. Er hat seine ideologischen Sympathisanten überzeugt. Das ist aber marginal. Wie bitte? 200, 250. Auf so einem Parteitag, wo die waren, das sind 400 Leute. Mehr nicht. Und die hat er überzeugt. Aber da wird es nicht rumgegangen sein, als er die Leute überzeugt hat. Das ist eine Rede, die man hält. Er ist ja auch im Bundestag und er hat eine Rede gehalten auf einem Parteitag und da haben die Leute applaudiert. Und da die Leute applaudiert haben und gesagt haben, okay, das fanden wir jetzt gut, haben die dann auf dem Kreuz, wenn drei Leute oben auf der Bühne standen und die anderen haben vielleicht eine schlechte Rede gehalten oder auch eine gute und er hat überzeugt. Und es kann auch sein, dass zwei Leute ganz schlechte Reden gehalten haben und dann wählt man halt den guten. Und bei mir war es noch so, gegen mich ist gar keine Hand getreten. Ja, und dann hat man schon gewonnen, ne? Ja, das kann ja auch sein. Also das ist wirklich so, von außen stehen, wenn man das Parteileben nicht kennt, fragt man sich die Frage, wie kommt der da hin, der muss ja was geleistet haben. Die da oben wissen schon, was die machen, hat mein Vater mal gesagt. Also die da oben, die wissen das, und das ist in der Mentalität der Deutschen sehr tief verwurzelt. Man denkt immer, ja, ja, die da oben, die wissen schon, was richtig ist, die machen das schon. Nee, ich mache seit zehn Jahren Politik, habe Parteitage immer, also ich bin regelmäßig und nie krank gewesen, immer dabei gewesen und habe die Wochenenden von Anfang bis Ende bis zur Nationalhymne singen mitgemacht und weiß, dass es um Mehrheiten geht und nicht mehr. Ja, und die Mehrheiten, die gewinnt man mit Sympathie, mit Vernetzung, nicht mit Studiengängen oder tiefem Wissen, sondern man muss halt die Leute mitnehmen. Und man kann auch Scherze machen, man kann sich da oben hinstellen und witzig sein, die Leute lachen und die waren fünf Stunden sehr zermürbt von diesen ganzen anstrengenden Reden und dann wählen die einen wegen der Unterhaltung und gehen danach in der Kirche, wo es ist. Ja, das wollte ich nur dazu sagen, weil ich... Ich finde es sehr interessant, diesen Disput, den wir gerade führen. Ich bin im Kultur- und Medienausschuss und das ist natürlich vom Grundsatz her, es geht gar nicht ideologischer als in diesem Ausschuss, Kultur und Medien. Weil, wissen Sie, viele Leute meinen Kultur, naja, das ist so ein bisschen die Verzierung auf der Torte des Lebens. Kultur ist die Hefe im Teig unserer Nation. Und dann haben wir eine Kultur- und Medienstaatsministerin, Madame Claudia Roth. Entschuldige, ich weiß auch, wie der Menschen feindlich formuliert, die ist dumm wie ein Brot. Ja, okay, ist meine Meinung, die mir aber zukommt, weil ich mit ihr Gespräche führe, weil ich mitbekomme, was überhaupt alles auf die Tagesordnung kommt. Und wissen Sie, Kultur und Medien ist für diese Art von Politiker, die wir gerade beschreiben, Habeck und Baerbock und Claudia Roth. Kultur ist nur noch zu diskutieren mit Fachleuten aus irgendwelchen Zivilgesellschaften, die fordern, dass Feminat, dass Frauen im Bereich der Film- und Fernsehproduktion über 50% Repräsentanz haben müssen. Und 30% müssen divers und behindert sein. Und nur noch 20% aus geschichtlichen Gründen nur noch Männer sein dürfen in Filmproduktion. Wissen Sie, wenn Sie ein solches Thema, naja, Fernsehen- und Filmproduktion, auf das Element, es müssen 50% Frauen sein, reduzieren, dann sind Sie nicht mehr im Sachbereich, sondern Sie sind nur noch im Bereich des Phantasmas. Ja, aber welche Debatte gab es davor, also bevor dieser Beschluss gefasst wurde? Da gab es die Netto-Debatte, die dazu geführt hat. Also man muss ja irgendwie das Ganze halt auch so ein bisschen... Wir machen das auch sexistisch. Ja, aber das war ja jetzt nur ein Beispiel, es war ja jetzt nur ein Beispiel, wo allein die Tagesordnungsformulierung bereits die Marginalisierung des Geistes von vornherein als Prämisse setzt. Und dann kann auch nichts bei rauskommen, wenn sozusagen nichts wirklich geistig Wertvolles entschieden werden muss. Okay, Nächster. Ja, eine kurze Anmerkung auch dazu erstmal. Also ich bin Physiker von zu Hause, Mathematiker und Physiker, und ich weiß, dass gewisse Sachen, die können technisch funktionieren und die können technisch nicht funktionieren. Das hat aber im Politischen überhaupt keine Relevanz. Wenn ich im Landtag bin und da ist ein Dr. Untrieser von der CDU, fünf Jahre jünger, da habe ich immer gedacht, oh Gott, was ist aus dem Bildungssystem in fünf Jahren geworden? Der ist Jurist, promovierte Jurist. Er hat von den Fachfragen, von den physikalischen Hintergründen, keine Ahnung von den grundlegenden Zusammenhängen. Und er braucht sie nicht. Er geht da vorne hin und sagt, die Energiewende wird funktionieren, weil sie funktioniert. Das ist, nein, also das ist, das ist, das aber, das ist, und das ist das Problem. Und das meinte ja auch, glaube ich, Herr Renner, wenn er gerade von Herrn Habeck und Frau Berghoff sagt, ich glaube nicht, dass die dumm sind. Dumme Menschen kommen nicht an diese Positionen. So, das glaube ich nicht. Sie haben fachlich, sind sie vollkommen inkompetent und ideologisch. Und das ist der Unterschied. Sie gehen hin und ignorieren Fakten und deshalb wird das ja auch scheitern. Und das sieht man ja auch bei der ganzen Sache. Was Herr Habeck gesagt hat, scheitert an der Realität. Er hat es gebracht, weil er fachlich keine Ahnung hätte. Und er hat das gewusst. Aber das war nicht wichtig. Denn die leben in der Traumwelt, wenn ich nur dran glaube und wenn man ein Kinderbuch male, dann wird das schon so entsprechend passen. Die Menschen sind nicht dumm. Wenn sie dumm sind, die verfolgen einen ganz klaren Plan und eine ganz klare Zielsetzung. Eine Ideologie verfolgen. Sie müssen doch nur das Phänomen jetzt mal, Sie müssen das Phänomen jetzt mal durchdenken. Wir haben die Greta Thunberg. Die ist jetzt gerade promoviert zum Dr. HC in der Theologischen Fakultät. Phänische Universität. Evangelisch. Nicht Öko-Religion. Evangelisch. Daran siehst du eben die Tendenz, die Verschmelzung der Öko-Religion mit dem Christlichen sozusagen. Das ist ja ein Prozess, der über Jahrzehnte läuft. Aber ich meine, das bringt es natürlich auf die Spitze. Ob die nun dumm oder nicht dumm ist. Ein 20-jähriges Mädchen, was sich eigentlich bis dato nur dadurch ausgezeichnet hat, dass sie die Schule geschwänzt hat, ist jetzt promovierte Theologin. Na, da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein. Voilà. So, wer noch? Deshalb nochmal, das war nochmal als Frage, Martin. Vor 30 Jahren, weil du ja etwas länger dabei bist als ich, wäre es aufgrund der Staatsräson, der deutschen Staatsräson, über alle Parteien hinweg, damals gab es ja, die waren im Grunde ja noch Marginal, über alle anderen Parteien hinweg, SPD, CDU, FDP, überhaupt denkbar gewesen, dass Menschen mit so defizitärer fachlicher Qualifikation überhaupt in solche Positionen gekommen sind. Die fachliche Qualifikation, das haben wir ja gerade besprochen, spielt gar keine Rolle mehr. Es ist ausschließlich ein Machtkalkül. Wissen Sie, früher, vor einiger Zeit, noch vor 20, 30 Jahren, 20, 30 Jahren, haben sich die politischen Parteien untereinander im Plenum bis aufs Blut gestritten. Ja, Strauß gegen Wehner. Aber ich sage Ihnen, ich bin der festen Überzeugung, nachdem die im Plenarsaal eine Schlacht abgeliefert haben, sind sie anschließend in die parlamentarische Gesellschaft und haben zusammen ein Bier getrunken. Das ist der wesentliche Unterschied in unserem politischen Raum heutzutage. Durch diese neue Einheitspartei Deutschlands, die Zusammenfügung der anderen, die einen ein bisschen mehr ideologischen Ansatz, die anderen ein bisschen weniger, die CDU hat vielleicht ein bisschen weniger, aber sie macht aus Opportunitätsgründen trotzdem alles das mit, was sozusagen die Mehrheit dieser neuen Einheitspartei ins Auge fasst. Die haben nicht mehr den Willen der politischen Auseinandersetzung, des politischen Diskurses, des Ringen um die richtige Entscheidung. Sie haben nur noch eine einzige Zielsetzung, die Vernichtung der Gegenposition. Und Vernichtung der Gegenposition ist die Negation des Demokratischen. Wir leben Synthese, These, Antithese, also Synthese, These, Antithese, Synthese, Dialektik. Das ist ein Entscheidungs- und ein Gedächt- und ein Gedankenprozess, der die Grundlage der Demokratie darstellt. These, Antithese gibt es heute nicht mehr. Wir kämpfen so um die Toleranz. Wir kämpfen so um die Toleranz, die wir aber nur dem entgegenbringen, der der gleichen Meinung ist wie uns. Und jetzt sage ich zum Abschluss nochmal ein richtig derbes, endgültiges Wort. Wir haben eine Entwicklung hin, unsere drei Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative, die untereinander von sich getrennt und unabhängig sein sollen und müssen. Sollen und müssen. Haben wir aber im Bereich der Exekutive, Legislative, Judikative die Entwicklung hin zu einer, von der drei Gewaltenteilung, zu einer drei Gewalteneinheitstyrannis. Wenn ein Verfassungsrichter aus dem Kreis der Legislative gewählt wird, um dem Verfassungsgericht vorzustehen, der aber gleichzeitig auch der Buddy von der Frau Merkel war, also der Exekutive, dann kann man nicht mehr von einer drei Gewaltenteilung sprechen. Das ist eine drei Gewalteneinheitstyrannis. Und wenn da die Medien sich noch damit hinsetzen, dann haben wir nicht mehr eine drei Gewalteneinheitstyrannis, sondern eine vier Gewalteneinheitstyrannis. Und genau das ist der Zustand unserer heutigen politischen Bundesrepublik. Und das müssen wir ändern, wenn wir eine Zukunft haben wollen. Anders geht's nicht. Ja, vielen Dank für die abschließenden Worte, die alles nochmal auf den Punkt gebracht haben. Ich denke, dass der Abend heute sehr gelungen war. Also mir kam es jedenfalls so vor. Ich hoffe, dass es Ihnen ebenfalls so ergangen ist. Ich bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen und beende jetzt hiermit die Veranstaltung. Und wir wollten auch sagen, dass wir noch hier ein paar Fotos machen können. Also, dass wir langsam uns auflösen. Ich brauche jetzt ein bisschen ab. Und dann machen wir hier noch ein paar Fotos. Und dann wünsche ich allen einen guten Einweg. Vielen Dank.